Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Die Zwerge haben zu gierig und zu tief geschürft und man weiß, was sie aufgeweckt haben in der Dunkelheit von Khazad-Dum. Trotz dieses Zitats bekommen wir vom Balrog in dieser Folge eigentlich noch gar nicht viel zu sehen, aber umso mehr von den Zwergen und damit herzlich willkommen zum mittlerweile fünften Staffel-Recap zu Der Herr der Ringe, die Ringe der Macht und das mache ich natürlich nicht alleine. Moin, ich bin der Dom und da der Lasse in seinen wohlverdienten Auenland-Urlaub abgezogen ist oder wohl eher in eine Region, die jetzt eher dem ähnelt, wo die Hobbits sich hier befinden, habe ich einen Ersatz dafür, den ihr auch schon im ersten Precast gehört habt oder auch in den Besprechungen zu House of the Dragon. Machen wir es kurz, der Sven ist hier. Moinsen. Hallihallo und willkommen live aus dem Schicksalsberg unter dem Dach bei gefühlten 40 Grad. Bei House of the Dragon war es auch schon so, hatte ich zu dir schon im Vorgespräch gemeint, also wir zwei Hübschen nehmen irgendwie immer an Tagen auf, wo es extrem warm ist, können diese Serie nicht einfach mal irgendwie im Winter rauskommen und gut ist. Aber ja gut, da gibt es ja auch nicht mehr so. Ich kann mich erinnern, ich glaube vor zwei Jahren, genau, wo die Serie hier lief, da hatten wir im November teilweise Sommertemperaturen. Also ja, Fingers crossed. Aber nicht so. Es ist ja brutal warm. Ja, aber auf jeden Fall sind wir jetzt mittlerweile schon auf der Hälfte der zweiten Staffel. Du warst ja beim Precast dabei und konntest da so ein bisschen deine Erwartungen etc. formulieren zur zweiten Staffel. Deshalb würde ich dich mal bitten, so ein Zwischenfazit zu ziehen, wie dir bisher die ersten vier Folgen gefallen haben. Also ich muss sagen, ich hatte mich richtig drauf gefreut und bisher wurde ich tatsächlich nicht enttäuscht. Ja, es gibt ein paar Abstriche und ein paar Sachen machen mir das Ganze auch jetzt nicht matisch, aber so, wo ich denke, ach, da hätte der echt ein bisschen mehr Zeit investieren sollen. Aber meine geliebten Zwerge haben mehr Screentime und es gibt Sachen, die mir im Trailer so auch ein bisschen sauer aufgestoßen sind, wie zum Beispiel jetzt Anata. Hätte man nicht einen anderen Schauspieler nehmen sollen? Funktioniert das überhaupt? Aber ich muss sagen, ich bin nicht enttäuscht worden. Für mich passt es gut. Ich kann halt viel ausblenden und hab meinen Spaß dabei. Ja, Anata, kann ich sagen, hab ich mich durchaus dran gewöhnt. Also das ist längst nicht so merkwürdig wie in den Trailern. Das stimmt schon. Ich hab jetzt auch mit Charlie Wickers nicht die Riesenprobleme. Da kenn ich andere Zeitgenossen. Allerdings muss ich sagen, dass ich jetzt, also ich hab jetzt in Vorbereitung jetzt auf das Recap, hab ich natürlich nicht nur die fünfte Folge gesehen, sondern auch nochmal Teile von der dritten und der vierten. Und da muss ich leider echt sagen, dass die für mich, puh, also die ist, es ist zwar alles irgendwie noch so okay, aber es ist schon wirklich bemerkenswert, wie viel Zeit diese Serie vergeudet auf teilweise völlig nutzlose Nebenplots. Und was mir auch aufgefallen ist bei den ersten beiden Folgen, dass die Dramaturgie im Grunde genommen eigentlich immer die gleiche ist. Also vor allem in der ersten Episode, die ich ja bislang noch am meisten mochte, da ist mir jetzt wirklich mal aufgegangen, so im Nachhinein, dass sämtliche Plots eigentlich nach dem immer gleichen Strickmuster sind. Die Leute gehen irgendwo hin, dann passiert da irgendwas und dann gehen sie im Prinzip eigentlich wieder genau dahin, wo sie vorher herkamen. Also das wirkt wirklich wie, ja, Wassertreten. Und mit am, in Anführungsstrichen, schlimmsten fand ich es jetzt wirklich in der vierten Episode, in der nahezu wirklich gar nichts passiert ist. Also für meine Begriffe ist das wirklich nur noch eine reine Fanservice-Parade, die sie abgefeiert haben und ich habe auch das Gefühl, dass es ihnen eher zum Verhängnis werden könnte, dass sie die ersten drei Episoden auf einen Schlag veröffentlicht haben, weil die dritte und die vierte sind für mich persönlich bislang wirklich mit das Schwächste, was die Serie zu bieten hatte. Ja, bei der vierten, wir haben uns ja vorher schon drüber unterhalten, naja, ich bin auch kein Theo-Freund und weiß auch nicht, was der für eine größere Bedeutung irgendwie hat und ja, was ich so ein bisschen auch kritisiert habe, ist dieser, ja, ist halt, was sie aus Arondil gemacht haben. Anstatt denen ein bisschen mehr Tiefe zu geben, hat er jetzt eigentlich, außer ein paar Kung-Fu-Moves, um aus irgendwelchen Sachen rauszuhüpfen, eigentlich keine größere Bedeutung mehr und daran kann ich natürlich auch die Kritik absolut nachvollziehen. Da hätte man sich echt was Besseres überlegen sollen, das stimmt ja. Ja, der ist halt reine Deus Ex Machina nur noch. Doch, Folge 6 hast du noch gesehen, du wolltest dir jetzt noch, du wolltest noch die Gunst der Stunde nutzen, bis zum 5. September alle Screener geguckt zu haben, ne? Genau. Aber da kann ich schon mal sagen, ja, Arondil bleibt Deus Ex Machina und also du merkst halt, Bronwyns Tod, dadurch hätte eigentlich auch seine Story enden können oder zumindest die von Theo und Hutze aber nicht. Also, das ist so das Ding bei der Staffel bislang, du merkst, dass sie die Sachen eingeschränkt haben, wo aus den Surveys von Amazon anscheinend hervorgegangen ist, oh, die kamen nicht so toll an die Figuren, aber sie haben auf der anderen Seite auch nicht die Eier, die rauszuschreiben und so werden die einfach als Altlasten mitgeschleift, das merkst du besonders bei den Hobbits. Da fragst du dich auch, warum sind die eigentlich noch da? Ja, wie ist da dein Eindruck hier bislang bei dem Plot mit den Haarfüßen und den Stachen? Och, der gefällt mir ganz gut. Ich mein, klar, die haben schon eine größere Bedeutung, also sie sind ja praktisch die, naja, okay, wenn du es jetzt so genau nimmst, sind sie einfach nur die Reisebegleitung von Pseudo-Gandalf. Äh, Scam-Dalf nennen wir ihn hier mittlerweile. Scam-Dalf, Verzeihung, von Scam-Dalf. Ja. Aber die stören mich nicht und ich finde auch die, äh, den, den, den Store-Storyline finde ich auch interessant. Also ich finde es jetzt gar nicht so schlecht, sondern das holt dich auch so ein bisschen runter und hat auch nicht, ja, so ein paar tolle Nebensachen. Also es macht mir Spaß zu sehen, okay, es gibt natürlich noch andere Nebenvölker außer den Haarfüßen jetzt und das finde ich auch nicht schlimm. Ja, was heißt schlimm, es, äh, es ist, es bremst halt eine ohnehin schon sehr langsame Folge noch weiter aus und, äh, die, die Krönung hast du dann halt mit Tom Bombadil, der halt wirklich nur, ja, ich weiß nicht, also das, das hat bei mir nicht richtig gezündet. Ich mein, du kennst ja auch die Bücher, wie, wie, äh, hat dir denn Tom Bombadil bisher gefallen? Es geht. Also ich hatte ja wirklich Angst, dass sie den zu einer Art Jim Carrey vom Tolkien machen und der, der die ganze Zeit nur, nur fröhlich durch die Gegend tupst. Ich mein, er macht das trotzdem, aber er macht es in, für mich zumindest, in angemessenem Rahmen. Natürlich sind halt so diese Sprüche, die er dann auch im Laufe der weiteren Folgen bringt, um Scandalf da auf seinen Weg, naja, nicht zu schubsen, aber um ihm halt zu offenbaren. Er hat Möglichkeiten, aber die sind begrenzt und er sollte sich ums große Ganze kümmern. Ja, in dem Fall ist es tatsächlich so, dass das ja in den Filmen ja ähnlich ist. Also Gandalf macht es ja genauso, ja, du kriegst dir ganz selten eine wirklich stichhafte Aussage von ihm, dass er sagt, mach das, sondern er weist dir ja nur die Möglichkeit und sagt, das wäre vielleicht nicht schlecht und das wäre vielleicht nicht schlecht. Und dadurch, dass die Screamtime auch begrenzt ist und jetzt keine ganze Folge nur mit diesem hüpfenden Typen handelt, ist es okay. Also es ist ein Maß, wo ich sage, kann ich mitleben. Ja gut, wobei ich mich jetzt gerade ein bisschen wundere, du meinst jetzt dann in den Filmen eher Gandalf, ne? Und nicht jetzt Tom Bombadil, weil der spielt da ja überhaupt keine Rolle. Nee, nee, ich mein Gandalf. Gandalf macht ja auch keine stichhaften Aussagen, sondern das ist ja auch nur alles sehr bedeutungsschwanger und ausufernd und du kannst dir da je nachdem was selbst rausziehen. Also das ist im Grunde genommen nicht besser. Deswegen ist das für mich okay. Ja, aber also in Herr der Ringe ist ja Gandalf trotzdem eine treibende Kraft und also schon im Buch ist Tom Bombadil eigentlich nur so ein Zeitplot, der eigentlich null irgendwas voranbringt, der auch noch den Ring entwertet in dem Moment. Und ja, ich weiß nicht, also sie hätten hier, sie hätten ja durchaus die Möglichkeit gehabt, da mal irgendwie eigene Impulse zu setzen. Sie haben es zwar hier und da versucht, aber das wirkte auf mich sehr halbgar und was mir auch überhaupt nicht gefällt, dass Tom Bombadil jetzt irgendwie zu so einer Art Mentor für Gandalf werden soll. Ausgerechnet Tom Bombadil, der sich eigentlich um nichts wirklich großartig schert und sich aus allem größtenteils raushält. Also das funktioniert für mich irgendwie nicht wirklich in der Serie. Das liegt nicht am Schauspieler, sondern eher darum, dass sie, ja weiß nicht, über reinen Fanservice und teilweise eins zu eins übernommene Dialoge fällt ihnen auch nicht wirklich großartig ein, was sie hier machen sollen. Und was du auch immer stärker merkst, also da hätte ich jetzt mal so die Frage an dich, weil du jetzt gerade schon Gandalf in den Raum geworfen hast, beziehungsweise Scamdalf. Was meinst du, ab wann wird sein Plot eigentlich mal wirklich in irgendeine Haupthandlung mal wirklich eingreifen können, beziehungsweise ist das überhaupt möglich? Weil man muss ja wissen, Gandalf ist ja eigentlich erst im dritten Zeitalter nach Mittelerde gekommen und die dürfen in dieser Serie nichts tun, was den Kanon maßgeblich bricht an den und den Stellen. Das heißt also, theoretisch müsste der über die gesamte Serien weg, also jetzt über die noch kommenden drei Staffeln, darf der eigentlich wirklich kaum ins Geschehen eingreifen. Und deswegen ist der so weit ab vom Schuss. Ja, sie streuen ja auch wieder in dieser Staffel so viele Hinweise, dass es Gandalf wirklich sein könnte. Ich weiß nicht, wie sie sich daraus winden können, ob sie sagen, okay, wir spulen dann, ich habe das Finale jetzt noch nicht gesehen, wir spulen dann in der nächsten Staffel wieder ein paar Jahre vor. Aber das wäre halt schon, also so zeitlich haben die da echt ein Problem. Da stimme ich dir auch absolut, absolut zu. Ich habe keine Ahnung, ich habe mir darüber nicht so wirklich viel Gedanken gemacht, weil ich dachte, na gut, lass den erst mal seine Kräfte entwickeln. Ist das überhaupt wirklich? Aber ja, es ist halt, ja, du kriegst halt wirklich so mit dem Finger als ins Auge gedrückt und sagen, na, na, na. Ist das nett? Ist das? Ist das? Das ist halt schade. Das hätten sie subtiler machen können oder sich tatsächlich einen anderen Zauberer einfallen lassen können. Aber ich weiß es nicht. Vielleicht sind es alles nur falsche Fährten. Ich glaube aber schon, dass es auf den Charakter hinweist. Ja, und sie haben ja, sie haben ja auch noch, also mit dem anderen dunklen Zauberer, das ist ja auch, also da sieht eigentlich auch ein Blinder mit einem Krückstock, wer das sein soll. Ja, also hier Dark Wizard ist, es ist schon, da sind auch etliche Hinten, dass das Saruman sein soll. Ja. Ich hatte jetzt auch noch mal gelesen und das hat mich, ehrlich gesagt, die Showrunner haben wohl in irgendeinem Interview gesagt, dass es gar nicht mal deren Absicht war, da groß irgendwie ein Mysterium aufzubauen, um Scam Dives Identität. Also das, das, das wäre überhaupt nicht vorgesehen gewesen. Und dann denke ich mir so, ah ja, okay, vielleicht gibt es deshalb diese 10.000 Fingerzeige in seine Richtung. Aber ja, liebe Showrunner, wenn ihr sowas doch vermeiden wolltet, warum macht ihr dann jetzt nicht am Anfang dieser Staffel Näge mit Köpfen, enthüllt seine Identität und setzt dem Ganzen ein Ende? Ich werde es natürlich noch nicht hier vorwegnehmen, aber ich kann schon mal sagen, sie ziehen in die Auflösung seiner Identität bis in die hinterletzte Ecke der letzten Folge dieser Staffel. Und da können die mir so langsam nicht mehr erzählen, dass das ja alles gar nicht beabsichtigt war. Also, ah, diese beiden Showrunner, die erzählen auch in Interviews wirklich blanken Mist teilweise. Also das, das, das hat schon manchmal echt Vibes von Leslie Hetland bei The Ecolite, wo man das Gefühl hat, die, die hat ihre eigene Serie nicht gesehen. Aber, naja, dann würde ich sagen, verlieren wir aber keine Zeit mehr, sondern, äh, kommen, äh, zur fünften Episode. Und, ja, äh, wer ja weiß, ich, äh, steht der Serie nach wie vor eher so zurückhaltend bis skeptisch gegenüber und kann schon mal sagen, die hier hat mir insbesondere jetzt beim zweiten Durchgang erstaunlich gut gefallen insgesamt. Also vielleicht sogar mit die beste Folge bislang dieser Staffel. Was vielleicht auch daran liegt, dass wir hier allesamt Plots haben, die sich, die sich relevant für das große Ganze anfühlen. Wir haben keine Galadriel, wir haben keine Isil-Duo und, äh, vor allem auch keine Haarfüße. Also vielleicht tut das der Serie auch mal gut. Also du merkst es wirklich schon, sobald die diesen ganzen Subplot-Ballast abwerfen kann, funktioniert die deutlich besser. Ja, also zumindest für mich, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Also, wie gesagt, meine Favoriten sind ja auch mit unter die Zwerge und ich fand's schön, dass man sich da einfach ein bisschen mehr auf diesen Teil konzentriert hat. Ob ich jetzt die Haarfüße als Subplot, weiß ich nicht. Also ich war schon mal froh, dass Theo nicht dabei ist, das ist schon mal klar. Und Isildur und Aron, oh, wirklich, ich kann nicht, boah, nee. Also Isildur ist wirklich zum einen Schlafen öde. Aber diesmal haben sie sich wirklich nur auf ein, zwei, also auf zwei, drei Charaktere oder Orte konzentriert und hat mir auch super gefallen. Gut, inwiefern uns was gefallen oder nicht gefallen hat, finden wir jetzt hier gemeinsam raus. Wir springen in die Folge hinein. Der Vorspann ist natürlich gleich geblieben. Möchtest du dazu kurz was sagen? Der Vorspann ist ja ein bisschen umgestaltet worden. Wie gefällt er dir bisher? Genauso 0815 wie der vorher. Das einzig Gute ist, dass die Schrift nicht mehr ganz so nach Pocket-Billish-Roman aussieht. Sondern da haben sie auch ein bisschen was gemacht. Das sieht schon besser aus. Aber ich bin kein Freund des Vorspanns. Also bei Game of Thrones und bei House of Dragon schaue ich mir die Vorspende. Klar, die haben eine andere Bedeutung, unter anderem. Weil sie sich ja auch stetig verändern. Das hast du hier jetzt nicht so. Und auch dieser Sandriesel und so. Wo ich mir gedacht habe, oh Gott sei Dank, wo ist die Funktion überspringen? Ja, gibt's ja. Es ist 0815. Also wir sind uns da eicht, dass der von House of the Dragon, insbesondere der von Staffel 2, der raucht den hinten ab Pfeife. Ja, keine Frage. Absolut. Das war House of the Dragon, das ist förmlich ein Kunstwerk für sich. Aber mehr dazu in unseren Besprechungen dort. Denn wir sind jetzt hier bei Rings of Power. Ja, hinter der Kamera hat sich hier nur einmal was geändert. Beziehungsweise wir haben hier wieder bei der Regie zumindest, ja, wieder Co-Regie. Also eben von den zwei Damen, die hier neu sind. Einmal Louis Hooper und einmal Sanaa Hamri. Sanaa Hamri hat die vierte Folge inszeniert. und Louis Hooper die dritte, meine ich. Und jetzt haben sie hier so Co-Regie. Du achtest auch, glaube ich, auf sowas nicht so, ne? Weil es fällt schon wirklich auf bei dieser Staffel, dass fast jede zweite Folge von mindestens zwei Namen bei der Regie ist mittlerweile. Und da schließe ich persönlich auf Nachdrehs nach wie vor. Nee, in dem Fall ist es tatsächlich was, wo ich mich da echt ein bisschen fernhalte. Da kenne ich mich in dem Fall tatsächlich auch nicht so aus. Okay, ist ja nicht schlimm. Dafür sind wir ja hier. Beim Drehbuch, äh, ich dachte erst, wir hätten da eine Neuankömmlinge. Ist es aber tatsächlich nicht. Äh, nämlich Nicholas Adams. Äh, das hatte ich jetzt im Nachhinein gesehen. Der hat, äh, schon mal an der Serie mitgewerkelt. Nämlich bei der sechsten Folge der ersten Staffel. Also hier Udun, die berühmt-berüchtigte, ich mein, Schlachtfolge will ich sie eigentlich nicht mehr nennen, sondern eher Dorfscharmütze, äh, Mittelerde-Edition. Äh, weil mehr war das nicht. Äh, da hat er dran mitgeschrieben. Äh, da fiel mir auch noch mal auf. Und das, das, das spricht halt auch wirklich Bände, weil da hatte ich wirklich noch mal gesehen, er war einer von den insgesamt vier Autoren, die an dieser Udun-Folge mitgewerkelt haben. Und da kann ich mir vorstellen, dass die wahrscheinlich total zerschrieben worden ist. Aber, äh, Nicholas Adams hat hier, äh, zum ersten Mal alleine das Drehbuch geliefert. Der hat tatsächlich auch noch gar nicht so viel gemacht. Also ich hatte mal nachgesehen, abseits von Rings of Power hat der nur das Skript zu irgendeiner Doku-Serie, glaube ich, geschrieben. Mal von ein paar Jahren irgendwie Fail State. Also hat hier wirklich gar nichts mit zu tun. Wollen wir doch mal schauen, was da so drauf hat. Und, ja, wir steigen, äh, mit einem Setting ein, wo du ja schon meintest, dass das so mit, äh, kann ich auch sagen, für meinen Teil ist das mit so das Beste. Und das, was sie insgesamt mit den Zwergen machen, gefällt mir deutlich besser als in Staffel 1 noch. Ja, auf jeden Fall. Also da merkst du schon wirklich eine absolute Qualitätssteigerung. An den Zwergen an sich war, äh, in Staffel 1 nicht viel auszusetzen. Aber dieser Plot halt mit den Mitril-Akkus und egal. Wir steigen hier auf jeden Fall, äh, dann auch in Moria ein. Beziehungsweise wir bekommen eine sehr schöne Kamerafahrt, wie ich finde, über die Berge. Die Berge gehen so über in einen Stein von den Zwergenringen, ne? Mhm. Das fand ich richtig, richtig schön, muss ich sagen. Es gibt so generell, finde ich, haben sie an Landschaftsshots schon wirklich auch sich gesteigert. Und das auch immer schön dann in die nächste Szene, wo wir uns dann bewegen, wirklich, dass es sich so hineinfrisst, sag ich mal. Das, das gefällt mir auch. Das haben wir schon ein paar Mal. Und das ist stimmig, das ist, wo ich mir denke, ey, das ist eine tolle Idee. Ja, es passt ja hier auch im Prinzip dahingehend, naja, mit dem Stein, äh, gewinnst du ja irgendwie auch die Kontrolle über den Berg anscheinend, ne? Beziehungsweise mit dem Zwergenring. Und, äh, das versucht hier eben, äh, König Durin der Dritte, der diese sieben Zwergenringe vor sich hat, äh, sich dann eingreift. Ich glaub mit einem, ja, doch mit diesem blauen Stein eben. Ähm, das Ganze wird dann schon relativ mit unheißschwangerer Musik untermalt. Und da können wir uns schon denken, äh, was hier jetzt ansteht. Denn die letzte Folge endete ja damit, dass Celebrimbor und Anata anfingen, die zu schmieden. Und da war ja ein Detail, nämlich, dass Celebrimbor wollte ja das Mithril erst in diesen Topf werfen oder was auch immer das ist. Ich kenn mich jetzt mit Schmiedekunst nicht aus. Äh, und dann, ja, nahm sich aber Anata das Recht heraus, das selber zu machen. Und er hielt dieses Mithril tatsächlich noch einen Moment länger in den Händen, warf es dann rein und dann hörten wir da schon irgendwie körperlose Stimmen. Also da wurde für meine Begriffe zum ersten Mal jetzt wirklich deutlich, dass Sauron Einfluss darauf nimmt, beziehungsweise es Mithril verdorben hat, ne? Wobei ich diesen Punkt mit, er muss es berühren, mh, ich hatte auch schon vorher keine Probleme da damit, dass er, das wird ja auch mehrfach jetzt in der Staffel auch betont oder gerade so am Anfang, dass wenn er in deinem Kopf den Gedanke oder den Funke setzt, jetzt irgendwas zu schmieden oder irgendwas voranzutreiben, dass es eigentlich da schon verdorben ist. Und das fand ich auch schon okay. Also für mich hat es auch schon gepasst, wo ich gedacht habe, okay, alles klar, der wurschtelt da so dermaßen in dem seinem Hirn rum und gibt ihm ja immer so kleine Fußtritte in die gewisse Richtung, dass mir das auch schon reicht. Also er muss es für mich nicht extra nochmal in der Hand halten, damit man es ja bloß sieht und dass es jetzt dann auch wirklich absolut verdorben ist. Also mir hat die Erklärung vorher, fand ich schon, fand ich schon okay. Du meinst jetzt in der ersten Staffel? Ja. Ah, das fand ich leider eher schwach, weil letzten Endes gibt er dem eigentlich nur einen Impuls, ja, legier das doch mal mit Gold und Silber. Und also für mich, also einer der Aspekte, der mich ganz gewaltig stört an der ersten Staffel und hier sogar noch mehr, die schmieden ihr magische Ringe und es kommt keinerlei Magie zum Einsatz. Also das ist, wenn dann nur Behauptung und dass sie das dann jetzt hier, also im großen Recap mit Lasse habe ich es eigentlich groß ausgeführt, aber ich kann hier nochmal abkürzen. Für mich macht es keinen Sinn, warum irgendjemand von den Elben oder Elrond vor allem denken sollte, dass die Elbenringe irgendwie verdorben sein könnten, weil der hat nun mal nichts mit denen zu tun gehabt und nur, weil der sagt, oh, mach da mal eine Legierung raus, entsteht da noch kein Einfluss von Sauron. Also das ist mir zu, das ist mir viel zu diffus und zu sehr Behauptung. Aber anyway, der König steckt sich den Ring an und da fand ich auch ganz schön, wir haben hier eine Szene, wo auch mal endlich ein bisschen Dynamik ist. Denn hier taucht wieder dieser Zwerg Navi auf, der, glaube ich, schon in der zweiten Folge eingeführt wurde. Der ist ja auch wichtig für die Lore durchaus, oder ist ja auf jeden Fall eine Figur, die man aus der Lore kennt. Also der ist ja, hatte ich ja im vierten Recap, glaube ich, gesagt, oder im dritten vielleicht auch mit Lasse. Der ist ja derjenige, der mit Celebrimbo zusammen die Türen von Durin entwirft, was wir dann ja auch noch in dieser Folge hier zu sehen kriegen. Aber mit dem berät der sich hier und ich fand das schön, dass sie hier anstatt, der König sitzt jetzt irgendwie bedeutungsschwanger auf seinem Thron und dann kommt Navi rein. Nein, die gehen hier gemeinsam durch die Schächte und beratschlagen sich. Also da war endlich mal ein bisschen Bewegung, wir sehen endlich mal was von Moria so ein bisschen. Das war schöner gelöst, fand ich, als in der ersten Staffel. Ja, in der ersten hast du, die hast du hier teilweise zwar auch so ein paar Kameraübersichten, die sind leider halt wirklich etwas kurz. Also du bekommst einen tieferen Einblick in Moria, ist endlich auch ein bisschen mehr los als in der ersten Staffel. Das finde ich auch super, mir haben auch die Märkte und alles gut gefallen. Bloß hätte ich gern vielleicht so ein paar längere Shots einfach, dass man das Ganze ein bisschen, ja ein bisschen mehr in sich aufnehmen kann, als mal kurz drüber zu zeigen und sagen, oh guck, da ist was los, alles klar und tschüss. Ja, ja. Das hätte mir auch ein bisschen besser gefallen. Ja, also es ist auf jeden Fall schon hier ein Schritt in die richtige Richtung, also dass man auch jetzt endlich mal mehr Zwerge sieht, also schon in den vorherigen Folgen. Wobei man muss jetzt bedenken, also ich hatte das ja scharf kritisiert an der ersten Staffel durchaus auch. Man muss so im Nachhinein jetzt aber auch bedenken, die haben die erste Staffel in der Corona-Hochzeit gedreht, weil ich kann mich nämlich noch erinnern, damals ging auch, also als die erste Staffel lief, dann ging auf Twitter so Screenshots rum von Szenen, wo man gesehen hat, dass sie die Südländer auch wirklich so Copy and Paste vervielfältigt haben. Also sprich, dass da eigentlich immer die gleichen standen, aber nochmal, das war in einer absoluten Corona-Hochphase und ja, da kann ich das dann schon irgendwie durchwinken und sie haben ja jetzt hier dahingehend wirklich an verschiedensten Setting-Verbesserungen, auch wenn ich mich immer noch darüber wundern muss, das habe ich im Recap zur vierten oder nee, zur dritten Folge gar nicht so gesagt, es waren schon etwas sehr wenig Menschen anwesend bei Miriels Quasi-Krönung, ne? Ja, ja, das stimmt. Und auch später gibt es auch eine Szene, da ist auch relativ wenig los für das Ereignis, das da stattfindet. Ja, das, ja, gut. Wir sind hier aber in Moria und Navi berät den König und klärt ihn darüber auf, dass sie hier Schächte graben, um Sonnenlicht zu finden. Also die, die haben ja immer noch das Problem, dass sie hier mehr oder weniger im Dunkeln sitzen, ne? Und die Steinsängerinnen unter Disa haben das Ganze ja sogar noch verschlimmbessert zuletzt. Und, äh, sie haben auch das Problem, äh, dass je mehr Schächte sie graben, dass der Berg dann nur instabiler wird. Aber sie haben ja jetzt den König, äh, am Wickel und, äh, der, äh, macht das jetzt, also das ist wirklich so ein bisschen so, lass das mal den Papa machen, ne? Also der König sieht sich jetzt hier höchstpersönlich an den Wänden um, äh, sucht Schwachstellen und wird dabei anscheinend durch den Ring geleitet, ne? Genau. Also du hörst ja auch immer so diese, er fährt ja mit der Hand am Stein entlang und bleibt dann mit so einer Wünschelrute stehen. Und du hörst ja auch so ganz, ganz leise dieses Wispern und die Stimmen, die ihnen zutragen, da muss der Boer, also da müsste er reinhacken und da müsste er reinhacken. Aber man sieht auch gleich so dieses, mh, ich weiß nicht, ob ich das machen soll und, ah, also die, die, die anderen Zwerge sind da nicht so ganz koscher mit sozusagen. Ja, vor allem zögert dann, also sein Sohn Durin ist natürlich auch dabei und als der König dann meint ja hier, schlagt mal hier rein, dann sind die auch eher so ein bisschen zurückhaltend, weil sie meinen, sie reißen hier Fundamente mit ein, ne? Ja, also mal ein bisschen umsichtiger sein und, äh, als der Sohn dann dem Vater nicht nachkommen will, denkt sich der auch, ja, dann mach ich's halt selber mit einer Axt, schlägt in den Stein und wird dann dabei auch wirklich schon richtig hartnäckig, ne? Also auch dann als, als Navi irgendwie einwirft, also hier, Sire, spart euch auch die Luft zum Atmen, da fand ich sehr gut, da sagt dann, äh, der König, während er da zugange ist, was wir nicht brauchen ist Luft, was wir brauchen ist Licht, ne? Und in dem Moment hier ist er dann tatsächlich erfolgreich, denn er schafft es einen Spalt zu schlagen und auf einmal fällt Licht hinein und strömt dann eben auch, äh, auf diese, äh, Vorrichtungen, die sie ja in Moria haben, die dort das Licht wiederum verteilen. Ich weiß leider nicht, wie die Dinger heißen, aber das hat so ein bisschen was, als hätten die so riesige Spiegel aufgestellt, die das Licht jeweils so weiter reflektieren, ne? Jaja, jaja, sind Spiegel. Und das fand ich auch toll, stimmig, mir auch wirklich Spaß gemacht. Also, ich mag's halt bei denen, ich find die halt witzig. Ja, ich fand das, ich fand das in der ersten Staffel schon, äh, ziemlich toll. Mich hat das, äh, also, ich war jetzt am Überlegen, ob die vielleicht so eine ähnliche Vorrichtung haben, wie, äh, wenn du dich erinnerst, bei Game of Thrones, äh, hängt doch diese, diese Konstruktion, die man aus dem Vorspann kennt, äh, die hängt doch da, ähm, in, äh, der großen Bibliothek in Alsars, ne? Und die verteilt da ähnlich das Licht. Ja, stimmt. Finde ich, finde ich, äh, total toll. Also, ja, äh, ach Gott, mit, mit Game of Thrones Referenzen kann ich mich nicht zurückhalten. Ja, sie sind erfolgreich damit und, äh, der Ring weist den König dann weiterhin an. Stück für Stück hauen sie die Wände ein und haben wieder Licht und, ja, das ist schon ein schöner Relief-Moment durchaus, ne? Für die ganzen Zwerge. Absolut, absolut. Sie freuen sich und denken, juhu, endlich kann man wieder anbauen. Und Nahrung und, ja, Licht bringt halt auch Leben. Beim ersten Mal, äh, bei der Folge war ich so ein bisschen ernüchtert, weil ich mir wieder dachte, oh, klasse, ihr habt ein Problem in Staffel 2 etabliert und räumt das jetzt in, am Anfang von Folge 5 schon wieder aus dem Weg. So eine Kinderkrankheit, die die erste Staffel in meinen Augen auch schon hatte, die sich hier auch immer noch durchzieht. Aber da muss man sagen, äh, der ganze, äh, weiß ich nicht, die, die Zwerge haben ihre Stromrechnung nicht bezahlt. Plot, der, der, der bereitet ja eigentlich nur das vor, was dann jetzt hier im Hinblick auf die Ringe wichtig wird, ne? Genau, und das fand ich jetzt auch nicht irgendwie schlimm. Ich fand's ganz gut, dass es jetzt dann doch schon schneller abgehandelt haben, weil, also mich jetzt, glaube ich, genervt, wenn die da irgendwie die ganze Zeit nur noch auf der Suche nach dem Licht gewesen wären. Und so hast du das schnell abgefrühstückt. Und das zeigt halt auch schon so zwischendrin, finde ich, dass sich König Durin auch relativ schnell verändert. Das geht schon etwas zackiger. Ja, wobei, er hat sich für meine Begriffe, äh, schon ohne den Ring zu schnell verändert. Also die Aussöhnung zwischen ihm und seinem Sohn ging mir viel zu schnell über die Bühne. Und was ich auch nicht so ganz verstanden habe in der, äh, ja, dritten Folge, weil in der vierten kam sie ja, glaube ich, nicht vor, ne? Was ich da wirklich nicht verstanden habe, äh, erst sagt doch, äh, sein Sohn zu ihm, ja, Vater, ich, ich, ich trau dieser Macht, die die da in Eregion haben, überhaupt nicht. Und was wäre eigentlich, wenn du, wenn du recht hattest, dass wir den, dass wir da den, den Valar oder was auch immer nicht ins Handwerk pfuschen sollten, indem wir den Elben helfen. Und, äh, das ist dann einfach wie weggeblasen, weil am Ende stehen ja Vater und Sohn gemeinsam in Eregion und, äh, offerieren den Elben des Mithril. Und, weiß nicht, also zum einen haben die sich für meine Begriffe ein bisschen sehr schnell vertragen. Und zum anderen siehst du halt auch nicht, was sie jetzt dafür bewegt, sich da zu entscheiden. Also, das, das ist wieder alles nicht so wirklich konsistent. Und das hätte man vielleicht auch lösen können, ja, indem man, äh, den Zwergen vielleicht noch ein bisschen mehr Screentime gegeben hätte. Vielleicht auch in der vierten Episode und da vielleicht auf den ein oder anderen überflüssigen Subplot verzichtet hätte. Aber sei es, wie es sei, das Ganze löst natürlich Begeisterung aus. Also, die Zwerge jubeln. Ich muss sagen, ich gönne denen das auch in dem Moment. So ist es nicht. Äh, aber das Ganze, ja, wird von einem ziemlich lauten Geräusch, was sie hören, so ein bisschen gedämpft, ne? Mhm. Und da deutet sich schon an, dass da was unter dem Berg ist, äh, von dem wir ja auch schon länger wissen, dass es dort, äh, verweilt schon eine, eine ganze Zeit lang, ne? Aber, äh, du hast, äh, du hast, glaub ich, nicht gedacht, dass er jetzt schon kommt, ne? Nee, 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 nee. Ich hatte, also ich hatte es wirklich, ich dachte noch, oh Gott, jetzt haben sie endlich mal, äh, Licht an den Kasadum geschafft und jetzt, äh, würde der kommen und wieder alles kaputt machen. Aber ich dachte mir noch, das heben sie sich schon noch ein bisschen für später auf. Äh, was wir uns aber nicht, äh, für später aufheben, ist den Trip nach Eregion zu Kille Brimbor, der hier zum einen steht mit Annatar, aber auch, äh, mit Navi. Und dann kriegen wir eben, eben hier das zu Gesicht, was ich schon erwähnte, nämlich, dass hier die Türen von Durin vorgestellt werden, beziehungsweise das, was später das Westtor von Moria sein wird, ne? Ja, das ja beide, äh, im Verbund zusammen erbaut haben und sie haben, also Elben und Zwerge haben ja auch diese Schmiede, in der Kelle Brimbor jetzt hier zugange ist, haben die ja auch gemeinsam erbaut. Also hier wird, das muss ich sagen, hier wird durchaus schön unterstrichen, dass die wirklich sehr enge Freundschaft hatten, die Elben und die Zwerge, äh, zumindest von Eregion und Moria. Und, naja, dass Sauron wahrscheinlich an der Zwietracht zwischen denen auch nicht ganz unbeteiligt gewesen sein dürfte, ne? Also die stoßen hier wirklich drauf an. Ich muss sagen, ich fand das, ja, natürlich ist es auch eben wie eine Member-Barry mit dem, mit den Türen von Durin. Zum einen werden sie aber noch nicht so richtig gezeigt, ne? Also man sieht zwar so das Muster, aber es ist natürlich nicht im Mondlicht, also mit Ethel Dean. Aber, äh, es macht ja an der Stelle schon auch Sinn. So ist es nicht. Also es fühlt sich jetzt nicht, äh, wie kompletter Selbstzweck an, sag ich mal, ne? Ne, und es kommt halt auch nicht, und das ist auch einer der Kritikpunkte, die ich auch durchaus nachvollziehen kann und teilweise auch mittrage. Es kommt dir halt nicht vor, als ob sie dir das Ding im Fanservice um die Ohren wäschen, ja? Sondern das ist nicht eingebettet, das wird kurz erwähnt. Ja. Du guckst dir das an und denkst, stimmt, sprich Freund und tritt ein. Mhm. Ah, cool. Und dann ist es aber auch wieder gut und es wird nicht ewig lang drauf rumgeritten. Das haben sie schön eingebettet, das hat mir auch echt gut gefallen. Ja, das fand ich auch, also ich, ich mochte es ja schon wie, äh, ich glaube in, in der letzten oder vorletzten Folge, wie Kelle Brimboer da schon diese Idee vorgestellt hat, ne? Mhm. Also da, da war ich erst so ein bisschen verwirrt. Ich dachte erst, hat der da irgendwie so ein, so ein Goldstich, weil diese Medan ja dann auch sagt, oh, es ist verschwunden und dann gehen sie ja draußen in die Mondnacht, ne? Und dann sieht man das. Das fand ich, das fand ich echt schön. Ich muss auch sagen, dass ich Kelle Brimboer, ja, leider ist der doch sehr leichtgläubig teilweise. Aber das, also, dass ich da so ein bisschen Schwierigkeiten hab mit der Figur, das liegt eher an der Schreibe und weniger am Schauspieler. Weil ich muss sagen, Charles Edwards, der hat schon was in der Rolle irgendwo. Wer aber eher so ein Problem damit hat, äh, dass Kelle Brimboer da so mit den Zwergen herumpossiert, also da stehen ja alle Möglichen mit denen zusammen, ne? Und Kelle Brimboer hält dann ja irgendwie auch so ein Hoch auf die Freundschaft zwischen, äh, den Elben und den Zwergen und sagt dann aber so, äh, schalkhaft zu seinen Gehilfen, Ja, äh, die sollen auf der Hut sein, weil hier Navi, also eben dieser Zwerg, der ist nicht nur ein hervorragender Künstler, sondern auch ein hervorragender Dieb. Also sagt dem Motto, sperrt die ganzen Juwelen weg, ne? Ist natürlich nur ein Spaß. Fand ich, fand ich sehr schön. Äh, aber man sieht, äh, dass Annatar sowas alles überhaupt nicht erreicht, ne? Ja, natürlich will er es auch nicht. Ja, das ist, das, das, das geht ihm gegen den Strich und ... Und das widert ihn an, glaub ich, wirklich. Ja, ja. Der kann damit nichts anfangen. Ja, und das, das, das durchkreuzt ja auch absolut seine, seine Pläne, die er hat. Und das fand ich auch wieder, wie gesagt, also ich hab auch ein bisschen gebraucht, um mich mit ihm anzufreunden, aber mir gefällt's, ich find's gut gemacht. Und er schafft's dann auch teilweise mit wenigen, mit wenig Gestik und Mimik wirklich angepisst auszusehen. Ja, also ich, ich muss zugeben, hatte ich ja schon gesagt, ich hab mich jetzt, äh, im Verlauf der Staffel gewöhnt man sich an, an, ähm, Charlie Wickers mit diesem Aussehen. Was mir tatsächlich gefällt an, äh, dieser Darstellung von Annatar ist, er sieht zwar aus wie ein Elb, reiht sich da auch durchaus gut ein, aber du merkst trotzdem, irgendwas stimmt mit dem nicht. Das ist so ein bisschen wie, wie, äh, weiß ich nicht bei, ich nehm jetzt mal ein ganz abseitiges Beispiel hier, Tim, Tim Currys Inkarnation von, äh, von Pennywise in, äh, in dem alten STV-Film. Da wirkt er auch erst wie ein Clown und, äh, freundlich und nett, aber du merkst, irgendwas ist dahinter, ne? Das ist so ein bisschen so der, der klassische Wolf im Schafspelz, sag ich mal, ne? Hm, genau, ja. Das ist gut ausgedrückt. Das kriegen sie ja rübergebracht. Also, Annatar, der hat so, gerade so hinter den Augen, er hat so was leicht Düsteres, was die anderen Elben nicht haben, ne? Und, äh, du weißt natürlich auch, dass er keine Elb ist und du weißt ja auch, wer er wirklich ist, aber, also mal angenommen, du wüsstest es nicht, dann hättest du das Gefühl, irgendwas ist da im Busch mit dem, ne? Kille Brimbo merkt das dann auch, dass, äh, er, äh, auf die Festivitäten dort nichts gibt, kommt, äh, hinzu, also die stehen da so am Balkon und merkt dann so, oh, ja, war es ein bisschen, ein bisschen too much, ach ja, stimmt, ich hätte, ich hätte vielleicht noch, äh, länger sprechen sollen, um euch zu würdigen. Und Annatar meint dann aber, ja, ihm fällt's schwer, jetzt hier irgendwie in Feierlaune zu bleiben, angesichts dessen, was aus Mordor droht und drängt dann jetzt so ein bisschen, ja, was ist jetzt eigentlich, sollten wir jetzt nicht so langsam mal Ringe, äh, für die Menschen schmieden? Und dann merkt man, dass Kille Brimbo durchaus wahrnimmt, äh, wie der ihn manipuliert, denn der sagt, ja, also es ist schon irgendwie ein kleines Spiel, was ihr mit mir spielt, ne? Ihr pflanzt mir quasi Ideen in den Kopf und lässt es mich glauben, dass es meine eigene sein, also da dachte ich mir wirklich so Inception in Middle-Earth, ne? Ja, ich hatte, in dem Moment dachte ich noch, um Gottes Willen, ihr wollt doch jetzt nicht diese Manipulation jetzt schon irgendwie auffliegen lassen. Mhm. Macht er auch hier in der Szene und sagt, ja, ne, aufgrund der Bedrohung sollte man doch vielleicht das eher mal in Erwägung ziehen und, äh, Kelle Brimbo sagt ja dann auch, nein, nein, will er nicht, ja, weil, ja, die Menschen am ehesten die sind, die korrupiert werden und er denen ja nicht so viel Macht an die Hand geben will. Und das finde ich auch ganz gut, dass Annatar jetzt da nicht noch irgendwie noch mehr nachsetzt, sondern es ist einfach okay, dann mache ich's halt auf einem anderen Weg. Ja, aber er ist zuerst ja doch hartnäckig, ne? Und, äh, sagt dann ja auch, dass hier viel Elend, was die, was die Menschen erlitten haben, ist, ist letzten Endes ihr eigenes Werk. Und dass man natürlich auch nicht vergessen dürfe, dass die Südländer, äh, ja, zunächst Adda geholfen haben. Hm. Kelle Brimbo kommt dann das damit, ja, ja, äh, aber letzten Endes haben, äh, die Südländer jetzt eine neue Heimat bekommen durch die Numenora, äh, wo ich mir dann aber auch so denke, wie will er das eigentlich alles mitbekommen haben, was in den Südlanden abging? Also, da, da hat er doch eigentlich nicht wirklich was, was von mitgekriegt, oder? Nee, also, du, du kriegst es als Zuschauer nicht mit. Und ich hätte es in dem Moment auch besser gefunden, wenn er es vielleicht, ja, wenn sie das nicht so erwähnt hätten, weil mir Kelle Brimbo im Grunde einfach isoliert vorkommt. Das, was Anathar treibt, ist, den zu isolieren. Hm. Mit elf Arbeiterinnen und das ist ja auch, ja, das ist ja Ziel und Zweck, ja, nur so kann er ihn am besten manipulieren, wenn er ihn in seiner Alles-muss-glänzen-und-funktionieren-Welt hält. Hm. Und da, da dachte ich auch, ja, Moment, hm, klar, dass du die Sachen mitkriegst, aber, ja, es hätte mir auch besser gefallen, sie hätten es vielleicht unter den Tisch fallen lassen. Anathar spricht ihn dann ja auch, Kelle Brimbo jetzt, darauf an, ja, wart ihr eigentlich jemals in Numenor? Was der dann aber verneint und Sauron führt dann so aus, ja, äh, es ist, es ist schon echt bemerkenswert, diese Nation ist, ist eindrucksvoll, aber gespalten, immer so zwischen Glorie und Ruin, wie er es ausführt, ne? Also, da merkst du schon, er hat in der Zeit, in der, die er da verbracht hat, hat er gemerkt, dass dort gewaltig was im Argen liegt, auch so zwischen Miriel und Farazan wahrscheinlich, ne? Äh, äh, letzten Endes fürchtet er Numenor und meint aber zugleich, ja, mit den Ringen könnte man sie ja eventuell auf Kurs bringen, wo ich mir dann so dachte, eigentlich macht er sie dadurch doch noch mächtiger, oder? Ja, es ist halt die Frage, was tatsächlich, also, wenn man sich das vorstellt, wenn, äh, Farazan dann auch noch einen, äh, Ring der Macht hätte. Mmh. Das mag man sich nicht vorstellen, aber da merkst du dann auch, dass Anathars, äh, Ansinn eigentlich eher ist, die Leute über die Ringe zu kontrollieren. Genau. Also, da kommt das schon durch. Kille Brimbo will sich darauf aber nicht einlassen und meint dann, äh, die Probleme, die dadurch gelöst würden, die wären nichts im Vergleich zu denen, die das verursachen könnte, wenn wir Menschen leichtfertig Ringe überlassen, also wirklich magische, mächtige Ringe, ne? Und Sauron, äh, gibt ihm dann zwar durchaus Recht, meint dann aber, ja, ja klar, Menschen, Menschen sind zerbrechlich und angreifbar, aber es könnte ja auch jene geben, die, die stärker, die widerstandsfähiger sind. Und dann nennt er drei Namen Erendil, Tuor und Bären, Sohn des Barra hier. Also, Erendil ist ja, kann man ja kurz aufklären, das haben wir ja schon in der ersten Staffel gelernt, ist ja dieser, äh, Seefahrer und, äh, Elb gewesen, also ist ja, ist ja der Vater von Elrond, ne? Das ist ja der, der, äh, zum Dank von den Valar in den Himmel erhoben wurde und jetzt praktisch sowas wie der Polarstern ist, ne? Tuor ist ein ganz kleiner Verweis, äh, auf, äh, einen Menschen im ersten Zeitalter. Ja, das muss ich jetzt auch nicht so weit ausführen, da, also ich, ich hatte da mal in der Adapedia geguckt, aber da steht echt sehr, sehr viel. Ebenso auch zu Bären, aber, äh, was hier ganz interessant war, ich weiß nicht, sagen dir die ganzen Namen was? Oder zumindest, äh, konntest du was anfangen mit Sohn von Barra hier? Äh, ne, also klar, ich hab's gehört und hab aber, muss ich ehrlich zugeben, jetzt nicht nochmal extra nachgeguckt. Mhm. Aber klar, natürlich, der erste Name sagt einem was, aber klemmisch auf. Ja, bei Bären, äh, wird ja zumindest über, äh, Barra hier, wird ja, äh, die Verbindung eventuell gezogen zu Aragorn. Wenn du überlegst, im, äh, zweiten, äh, Herr-der-Ringe-Film fiel das doch Grima Schlangenzunge, zumindest im Extended Cut auf, dass Aragorn diesen Ring trägt, also Barra hier's Ring. Ja. Äh, und, äh, Bären ist wahrscheinlich einer seiner Vor-vor-vor-vor-vor-vor-vor-vor-vorfahren, ne? Ja, und, äh, Bären ist ja, also das geht ja hier zurück auf Bären und Luthien. Das ist ja so die, ja, die Romeo-und-Julia-Version von, von Tolkien praktisch, ne? Im ersten Zeitalter. Aber, äh, das führt jetzt hier auch zu weit. Jedenfalls meint er, ja, wir, wir, wir suchen uns solche Menschen, ne? Und, äh, also die, 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 die wirklich widerstandsfähig sind und denen wir vertrauen können. Und dann sagt er wirklich, wir suchen sie uns von Numenor bis Ruhn. Neun Ringträger suchen sie sich, das heißt Numenor ganz im Westen und Ruhn ganz im Osten. Da war jetzt für mich allerdings so der Pferdefuß, also ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber, äh, ich frage mich schon so ein bisschen, ja, welche Menschenkönige sie jetzt eigentlich hier meinen? Weil bislang kennen wir eigentlich gar keine, ne? Ja, das stimmt. Also, das stimmt. Ich meine, sie müssen, natürlich müssen sie irgendwann die neuen, äh, Menschenringe hier reinbringen, aber hier an dem Punkt dachte ich mir so, boah, geht das nicht ein bisschen arg schnell? Also, ich meine, ich hab ja die ganze Staffel schon gesehen und du hast ja auch noch weiter geguckt, ne? Wenn auch nur bis Folge 6, glaube ich. Aber, ja, weil ich hatte ja wirklich gedacht, dass sie, dass sie in einer Staffel jeweils so einen Satz Ringe schmieden, aber nein, sie scheinen jetzt die neuen auch noch hier mit reinzunehmen und da gibt's halt einfach null Bild ab für. Also, während bei den Zwergen zumindest ein bisschen was ist, auch in dieser Folge jetzt dann angedeutet wird, dass da noch andere Zwergenherrscher sind, ist ja bei den, bei den Menschen wirklich null Vorarbeit bislang dafür geleistet worden. Ja, die fallen echt hinten runter. Also, genau dasselbe hatte ich mich auch gefragt, nachdem er gesagt hat, irgendwie, ja, da müssen wir gucken und neun Herrscher und die widerstandsfähig sind, dann dachte ich, okay, ich kenn nicht mal einen. Ja. Und, ja, das, das, das stimmt, ja. Da sind sie uns noch ordentlich was schuldig. Da sind sie uns ordentlich was schuldig, auf jeden Fall, aber, äh, er meint dann auch also, es, es, es sollen neun sein, die perfektionieren praktisch das Prinzip der drei von den Elbenringen, ne? Und als Caleb Rimboer das dann verneint und meint, nein, hier, die, die Rings of Power, die sind vollständig. Das, das fand ich auch, äh, gut inszeniert, wie Annatar, da es so fast so wortlos weggeht, dann so auf die Schmiede zu und meint dann so, ja, gut, dann, dann mach ich's eben selber, ne? Also, das ist letzten Endes so die, die, die Krux der ganzen Szene, ne? Dass der, ja, so langsam aber sicher Caleb Rimboer, äh, auch so ein bisschen Boden in seiner eigenen Werkstatt, äh, äh, abspinstig macht, so ein, so ein klein wenig, ne? Fand ich, fand ich eine gute Szene eigentlich, äh, bis auf den, ja, der Dialog, der ist manchmal schon so ein bisschen geschwollen. Das Name-Dropping fand ich, fand ich okay, ja, zumindest in Richtung erstes Zeitalter. Ist ja wirklich nur so ganz am Rande. Ja, wir bleiben dann auch, äh, bei den Menschen, denn wir kommen, äh, nach Numenor, wo ja zuletzt einiges passiert ist am Ende der dritten Folge, nicht wahr? Jawohl. Wie hat dir das denn gefallen eigentlich bisher da, also die, die, hier, die Entmachtung von Miriel und, äh, der Aufstieg von Pharrason zum König? Bei Pharrason ist es auch so, das ist auch ein Charakter, wo ich mir tatsächlich grad so mit seinem immens großen Background mehr Tiefe gewünscht hätte oder mehr tiefe Wünsche. Klar ist es ein ätzender Typ, der gern manipuliert und der die Macht an sich reißen will. Das ist eigentlich wie so ein Großvisier, ne? Genau. So ein bisschen wie Isno-Good, ne? Ja. Ich, ich, ich will Kalif anstelle des Kalifen sein. So einer ist der doch, ne? Eigentlich. Ja, ist eigentlich irgendwie so eine Mischung zwischen, zwischen Ikson und, ähm, Herzöklein. Ja, wenn du das so beides zusammen nimmst, passt es da schon so ein bisschen mit seinen Augenbrauen. Aber egal. Wer, wer, wer hier Isno-Good kennt, äh, für den gibt's extra Gummipunkte. Der ist super. Ich weiß nicht. Es stimmt. Ja. Aber, äh, ja, wie gesagt, das ist halt echt ein Charakter, wo ich mir auch echt gewünscht hätte, ein bisschen mehr Background zu haben, weil, ja, der ist einfach hassen, also der ist für mich auch wirklich so, wo ich mir denke, ein ätzender Typ, aber der würde einfach noch besser zur Geltung kommen, wenn man dem noch ein bisschen mehr Tiefe verleiht hätte. Ja, und das zeigt sich vor allem auch jetzt in dieser Szene hier, wie ich finde. Ja. Denn, äh, er steht ja hier als, äh, frischgebackener König mit Zepter mit seinem Sohn, der für mich eine der missratensten Figuren der gesamten Serie ist. Also, den finde ich noch schlimmer als Theo und noch überflüssiger. Ja, und, äh, ja, dem hält er hier so einen kleinen Vortrag, beziehungsweise schaut so in die Ferne zusammen mit dem vom Thronsaal aus und fragt dann so seinen Sohn, ja, hast du, hast du es je gesehen? Und, also, er blickt halt so in Richtung unsterbliche Lande und erwähnt dabei auch, äh, den weißen Turm von Tol Eressia. Das muss ich jetzt nicht weiter ausführen, aber Tol Eressia ist eine, äh, Insel, die, äh, direkt, äh, vor den unsterblichen Landen gelegen ist. Also, wirklich direkt am Tor, äh, nach Valinor. Ja, und, ja, da rächt sich jetzt eigentlich, dass man Pharrason nicht so wirklich Tiefe gegeben hat, weil es ist zwar Teil seines Plots, dass er auf die unsterblichen Lande scharf ist, aber das kommt hier echt so ein bisschen einfach so, hm, ja, er guckt da hin und, ja, oh, oh, das fand ich ja schon immer toll da oder so, ne? Also, da ist, da ist nicht wirklich Aufbau, dass er, äh, den Verzückungen der Unsterblichkeit erliegen könnte, ne? Ja, ich finde auch seine, seine Machtgeilheit wird zwar schon herausgearbeitet, aber ich hätte es da tatsächlich jetzt nicht irgendwie noch von der Darstellung her noch auf die Spitze getrieben, aber, wie wir es schon gesagt haben, einfach ein bisschen mehr Tiefe, dass du den Charakter besser verstehst, was will er wirklich, wie, wie skrupellos, ich meine, man sieht schon, wie skrupellos er ist, aber, ja, das ist halt wirklich ein kleiner Teil und du sitzt da und denkst, ach, schade, da wäre so viel mehr noch drin. Und gerade so in dieser Szene, wenn er jetzt nicht die Heiligen Lande nochmal extra, extra betont hätte, wäre das auch so ein bisschen hinten runtergefallen, das sah einfach nur so aus, guck, Sohn, das gehört uns jetzt, das haben wir uns jetzt unter den Nagel gerissen, aber eigentlich, also, er will mehr. Ja, und das hätte man, ja, das hätte ein bisschen besser ausgearbeitet klingt. Was ich da noch ganz gelungen fand, dass er da so halt das Zepter in der Hand hat und dann irgendwie Kämen ihn darauf anspricht, ja, ist das denn genug und du wolltest das doch immer haben und jetzt willst du dein neues Numenor erbauen. Und das ist bei Pharrason so wirklich so, ja, jetzt, jetzt habe ich das erreicht, was ich mein Leben lang haben wollte und jetzt merke ich eigentlich, ich will, ich will doch, also, es ist nicht so, dass ich was völlig anderes will, aber ich will noch mehr, ne, mir reicht das noch nicht. Also, er spricht ja nicht nur über hier Toll Eressia, sondern auch, dass das, was er dort sieht in der Ferne, dass man das nur sehen kann oder, also, dass das nur geübte Augen wahrnehmen können und er spricht ja auch vom Gipfel des Meneltama. Meneltama ist, äh, elbisch, also, äh, Quenya tatsächlich für Himmelspfeiler, das ist der größte Berg Numenors, der ist genau in der Mitte und der ist höchstwahrscheinlich vulkanischen Ursprungs, der ist, äh, dem Götter, Vater Iluvatar geweiht und dort sind tatsächlich auch sehr, sehr viele Grabmäler von Königen, Königinnen, äh, der Numenora. Und, äh, das ist natürlich dann auch irgendwie, also, Pharrason sieht das auch irgendwie fast als Hohn, der Valar, äh, von wegen, sie haben diesen Berg genau dort platziert, damit wir von dort aus immer genau das sehen können, was wir nicht kriegen, egal wie sehr wir danach streben, ne, also, äh, meint er dann auch, jeder, jeder Sonnenaufgang über diesen Berg, der soll uns letzten Endes ist daran gemahnen und an unsere Vergänglichkeit, an unsere Sterblichkeit, ne. Ich fand's im Hinblick auf die Lore schon nicht schlecht, so der, also, den ganzen Kontext, den ich jetzt so dazu geliefert hab, den gibt's natürlich in der Serie nicht, wäre vielleicht sogar ganz gut gewesen, ne, weil dann versteht man eben diese Verbindung, unter dem Meneltama sind die, sind die Grabmäler der Könige und Königin und sowas will er ja, also, man merkt es immer mehr, der will die Unsterblichkeit haben. Der ist scharf drauf. Und das ist, das ist ja, wird er dann, äh, ab sofort, äh, Teil seines Plots sein, da werden wir ja noch sehen, wie sich das entwickeln wird. Ja, zu seinem Sohn hat er jetzt auch nicht unbedingt so das beste Verhältnis, ne, also, er sagt dann zu ihm so, äh, hier deine, deine Mutter schon, schon irgendwie, als du an ihrer Brust hings, prophezeite sie schon ein böses Ende für dich. Und er will ihm das aber erst sagen, wenn er, äh, die Aufgaben, die er jetzt hier für ihn vorgesehen hat, erfüllt. Und da merkst du sofort so, worunter Kämen steht, aber was er dann auch so nach unten ableitet, ne, aber das macht es für mich leider nicht besser. Ich find Kämen eine ganz fürchterliche Figur, insbesondere ab dieser Folge her. Ja, es ist, das ist halt auch ein Charakter, der dann ja auch später, ja, der zwar später etwas tut und man sagt, okay, hm, jetzt kann ich irgendwo deinen Sinn und Zweck irgendwo verstehen, aber, ja, ob's den wirklich zwingt, da hätte man auch einen Handlanger dafür benutzen können, aber später mehr. Wir kommen dann zur nächsten Szene, die uns Númenor bei Nacht zeigt, äh, beziehungsweise Miriel in ihrem Turm. Und, äh, die hört selbst des Nachts da irgendwie Jubelrufe für Pharrason, ne, also aus der Stadt. Elendil kommt dann zu ihr und sie ist ja bekanntlich blind, also kann sie nur hören, dass er kommt. Und, äh, der weist sie dann darauf hin, ja, was ihr da draußen hört, das, das ist ja nur ein Teil der Bevölkerung, ne, also da draußen sind noch andere, die beten Tag und Nacht für eure Gesundheit, Majestät, und jetzt befehlt uns doch einfach irgendwas zu tun. Hier in der Seewacht sind noch immer welche treu, ihr könnt doch noch kämpfen um euren, um euren Thron. Ähm, und da merkt man auch in der Szene, die kommen sich hier auch schon durchaus näher, ne? Ja, da ist schon eine sehr große Anziehungskraft. Ja, obwohl er da noch so, also da gibt's ja diesen Moment, wo sie ihm so die Hand auf die Brust legt und er will die in seine nehmen, aber sie weicht dann wieder zurück. Und man darf nicht vergessen, sie ist ja auch blind, ne? Eben. Also in erster Linie, äh, weh sie, dass er, dass er sich trotzdem zurückhält. Er möchte dann aber vor allem von ihm wissen, was er im Palantir gesehen hat. Weil wir erinnern uns ja, er hat den ja am Ende der dritten Folge aufgehoben, also wollte den dort, äh, an sich nehmen und, ja, wurde dann zurückgeschleudert. Und dabei hat er etwas gesehen, wovon er jetzt berichtet, nämlich er sah sich selbst, wie er davon reitet aus Amenelos, aber, äh, nicht wirklich wusste, wohin. Das blieb noch ein bisschen kryptisch an der Stelle, ne? Hm. Aber man sieht halt schon, finde ich, unter anderem, er ist isoliert, er ist alleine, er ist verlassen. Das hatte ich so als, als Gefühl noch mitgenommen, wo ich dachte, ja, der ist einfach komplett auf sich alleine gestellt und sieht halt auch nicht happy aus. Ja, das ist, das ist dann immer so, immer so die Frage, inwieweit sich jetzt die Zukunft mit der Machtübernahme Pharrasons dann auch vielleicht geändert hat, weil sie sah ja immer die komplette Zerstörung Numenors. Genau, und die sah sie auch nicht nur einmal, sondern wirklich über vier Jahre hinweg. Genau, ja. Und seit seiner Berührung scheint das verschwunden zu sein, äh, wo ich mir dann aber auch so die Frage stelle, wie wir sie das eigentlich festgestellt haben, weil sie hat den Palantir ja eigentlich nie wieder berührt, seit sie wieder da ist. Keine Ahnung, vielleicht sendet er eine allgemeine Botschaft und sagt, Leute, wir gehen übrigens steil dem Abgrund entgegen. Ja. Aber ja, ich glaube halt auch, dass der, der, äh, Palantir ja sein eigenes Köpflein besitzt und zeigt, was er möchte und nicht, was die Allgemeinschaft will. Ja, es stimmt schon. Die, die Frage ist natürlich zu Recht da. Sie machen hier den Palantir vor allem, das muss man, glaube ich, einfach akzeptieren. Sie machen den hier mehr zur Kristallkugel, äh, als es in der Lore eigentlich verbürgt ist, ne? Weil in erster Linie ist der Palantir dafür da, um über riesige Entfernungen zu kommunizieren, also praktisch eigentlich Mittelerde-Skype. Ja. Und, äh, mehr, mehr ist das an für sich nicht. Und dass dann da irgendwelche Visionen oder so wahrgenommen werden, äh, in Herr der Ringe, das rührt daher, dass Sauron den manipulieren kann. Aber ansonsten sind die eigentlich auch nicht irgendwie bösartig, die Steine. Ja, aber Miriel, also, äh, das ist es anscheinend. Sie denkt jetzt hier, die Regentschaft Pharrason, die hat jetzt einen neuen, neuen Weg eröffnet und eventuell auch, dass dieses Schicksal, dass Numenor dem Untergang geweiht ist, das ist jetzt eventuell abgewendet. Und deshalb, ja, will sie jetzt mehr oder weniger so die Hände in den Schoß legen, ne? Ja, ich denke, sie hat sich damit jetzt in dem Moment erst mal so ein bisschen arrangiert, dass sie... Entmachtet wurde. Königin ist, genau. Sie wurde entmachtet und... Ja, Moment, Moment. Königin war sie ja nie. Sie war ja immer nur Regentin. Ja, stimmt. Sie ist ja, ja, Entschuldigung. Also entmachtet wurde, sagen wir es mal so. Und, ja, ich denke, bei... Gerade da ist auch dieser Moment, ja, wem kann sie noch vertrauen, wer steht noch hinter ihr, die Einschränkung, die sie jetzt halt auch noch hat, ist halt auch noch gravierend und tut sie dann halt auch nochmal selber verunsichern. Also das sieht man ja auch ganz oft, wenn sie dann irgendwelche Schritte übt oder irgendwie durch den Raum versucht, sich zu bewegen, ohne irgendwas umzuschmeißen oder einfach auch grazil dabei auszusehen, dass sie einfach damit zurechtkommt und dem Volk zeigen kann, trotz ihrer Blindheit kann sie Numenor regieren. Ja, wobei ich mir dann schon denke, warum ergibt die sich so einfach ihrem Schicksal? Ich meine, Pharrason hat wirklich auch auf eine sehr merkwürdige Art so einfach mal eben die Macht an sich gerissen. Ich weiß auch nicht, ich weiß immer noch nicht wirklich, was ich, weil letzten Endes war das hier mit dem Adler, das war eigentlich fast deus ex machina und dass sie dann von jetzt auf gleich plötzlich Pharrason da zum Herrscher auserkoren haben. Also es ist auch wirklich bezeichnend, dass die Serie hier auf Adler zurückgegriffen hat, weil Adler sind ja das Tool, was sich schon Tolkien immer so herangezogen hat, wenn er nicht wusste, wie es weitergehen sollte. Also bestes Beispiel bei Hobbit, wo einfach die Riesenadler auftauchen, weil er nicht wusste, wie die Zwerge und Bilbo von den Bäumen runterkommen sollen. Und hier, ja hier ist das eine Hauruck-Entscheidung, die vor allem kaschieren soll, was in der Vorlage ist. Denn da ist es so, dass Pharrason König wird, indem er Miriel in eine Zwangsehe verwickelt. Also die ist ja, ich glaube, sie ist seine Cousine und der heiratet die, um dann König zu werden. Also es ist auch eine Inzuchtehe tatsächlich. Targaryens lassen grüßen, ne? Ach, die sind alle. Es ist alles, es ist alles eine Art Puff. Ja, ja, wir merken es schon. Aber, äh, ja, ich weiß nicht, also das, dass das mit dem Adler so, ich meine, theoretisch kann da jeder Idiot gestanden haben. Ja, das stimmt. Äh, dem der Adler gefiel und dann, äh, vor allem, also man kann mich gerne korrigieren, aber ich glaube, das hat wirklich, also das, das mit dem Adler, das hat, glaube ich, keinerlei Relevanz in Numenor, soweit ich weiß, in der Lore. Und das wirkte für mich auch echt so ein bisschen, ich sag's mal ganz böse, ein bisschen aus dem Arsch gezogen, äh, um, um diesen Plot irgendwie da, da hin zu lenken, wo man gerade haben will. Ja, ich fand auch die, die angebliche Zustimmung des, des Adlers, äh, wo ich mir auch gedacht hab, hä, okay, gut, der hat jetzt vielleicht mit dem Kopf kurz genickt, das könnte aber auch einfach nur ein, ich guck dich an und könnte dich eigentlich auch fressen Blick sein. Ja, das war mir auch ein bisschen, tatsächlich ein bisschen zu wenig, weil, ja, eigentlich klar ist, ne, der Adler ist wegen ihr aufgetaucht und er hat sich da einfach nur in die Nähe begeben, ja, und das, das fand ich auch, wo ich gedacht hab, naja, das kannst du so oder so interpretieren. Hm, ja, hätte ich jetzt auch nicht gebraucht. Ja, das, äh, zieht sich für mich auch bisher, äh, also, wo ich jetzt die erste Staffel im Rewatch nochmal hatte, das zieht sich da für mich auch wie so ein roter Faden durch, dass Figuren eigentlich selten wirklich proaktive Entscheidungen treffen und dass das immer ausgelöst wird durch irgendwas und dass sie dann eigentlich nur noch darauf reagieren. Also, das hast du schon bei Miriel in der ersten Staffel mit dem Baum, oh, ah, ja, die Waller haben jetzt die Entscheidung getroffen und deswegen beuge ich mich dem Ganzen jetzt. Und hier ist es auch, oh, der Adler ist gekommen und deswegen ist Miriel jetzt völlig egal und jetzt Pharrason King. Also, das ist, ja, das ist, ne, das ist, das ist mir zu einfach in diesem Machtgefüge und das ist leider ein bisschen schade, dass die Serie da immer wieder auf so, ja, faule Drehbuch-Tools eben mit zurückgreift. Aber, äh, jedenfalls verlangt sie von Elendil, ja, dass er im Grunde die Füße stillhalten soll und dass er vor allem nichts tun soll, was Númenors neues Schicksal gefährden könnte, ne, also diesen Plan. Die sagt dann wirklich so, ja, er muss im Auge des Sturms verbleiben, sozusagen, ne, und, äh, schickt ihn dann, äh, zurück, äh, auf sein Schiff, weil er ist ja bekanntlich Käpt'n. Aber man merkt, der nähert sich ihr schon so wirklich an, ne, also, da geht schon ein bisschen was zwischen denen, das war ja schon in der ersten Staffel, ne. Äh, wir landen dann, äh, anschließend auch, äh, im Hafen und sehen dann auch hier eine, ja, Maßnahme, die Pharrason ergriffen hat, um, äh, seine Macht zu sichern, denn er lässt alle möglichen Leute von der Seewacht, ja, praktisch degradieren. Ja, natürlich, er muss erst mal, weil er genau auch weiß, wer hinter Myriel steht oder wer ihr Fels in der Brandung jetzt ist. Mhm. Und, ja, die werden erst mal alle degradiert. Ja. Sie sträuben sich zwar, aber auch hier ist dann einfach Pharrason der Tonangeber und sagt, also nicht er sagt, aber sein Sohn gibt es praktisch weiter in Begleitung von Elendils Tochter. Ja, Earien. Die stramm bei Fuß steht und da schön mitmacht. Aber sowas von, ja, die würde ich wirklich schon als, äh, Helfershelferin hier mittlerweile bezeichnen. Ja, definitiv. Äh, und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich, also schon in der dritten Folge hatte mich das irritiert und hier, äh, nimmt es so langsam Formen an, die wirklich seltsam sind für diese Figur, weil, die war in der ersten Staffel, war die mir ehrlich gesagt ziemlich egal. Und hier, ja, da hatte ich auch das Gefühl, ach ja, die soll in erster Linie hübsch aussehen, hier, diese Emma Hovath. Und hier, ja, weiß ich nicht, ist sie jetzt anscheinend, äh, zu Kemens Gespielen förmlich geworden, wo es aber auch irgendwie, also, daran krankt das Ganze für mich auch. Das Verhältnis zwischen ihr und Kemen, das ist nie so richtig klar, also, wie sie jetzt zu dem steht. Und nur, weil jetzt ihr Bruder eventuell gestorben sein könnte, schlägt die sich hier förmlich jetzt auf die Seite von, also, ich weiß nicht, das hatte fast was von einer Nazi-Kollaborateurin, so ein bisschen. Bei ihr ist es, das war schon in, in der ersten Staffel auch, ist das so ein Kritikpunkt gewesen, wo ich mir dachte, ach komm, führt nicht noch mehr Charaktere jetzt irgendwie ein, wir haben doch schon genug drin und denen wurdet ihr teilweise, auch wenn ich die erste Staffel, ich muss es immer wieder sagen, auch mag, auch nicht gerecht und hab das Ganze auch nicht ausgebaut. Und jetzt tritt sie so, ja, so Abfolge, ne, doch, ich glaub schon, doch relativ am Anfang, Abfolge 3, dann mehr ins Geschehen mit rein und nimmt halt auch dann schon noch eine zentrale Position ein, grad so auf diese, also, klar, auf die Geschehnisse in Numenor, wo ich mir dachte, da hätt ich auch gern ein klein bisschen mehr. Das ging mir auch alles zu schnell, so, was du ja schon gesagt hast, okay, Bruder Tod, alles klar, ihr habt, glaub ich, eher recht, ich komm zu euch. Das ging mir auch ein bisschen zu flott. Viel zu schnell und, äh, vor allem muss man bedenken, sie, äh, äh, agiert hier ja auch gegen ihren Vater, ne, also natürlich hat sie, sie hat ja, also das hat man ja in der dritten Folge gemerkt, sie hat ja irgendwie einen Rochus auf denen, weil sie das Gefühl hat, der trauert gar nicht wirklich um Isildur. Ja, also sie will ja letzten Endes dem sein Opfer ehren, ne, was, was andere eben nicht tun und sie gibt ja auch Miriel die Schuld daran, auch wegen dem Palantir, ne, also sie hat ja den Palantir gefunden und gedacht, oh, wow, äh, unsere tolle Königin, die lässt sich hier von innen im Elben Hexenstein leiten und das ist falsch und deshalb unterstütze ich jetzt Pharrason. Aber, äh, ja, mit, mit ihrem Vater gerät sie dann aneinander und, äh, es heißt dann auch, dass dieser Lord Belsegar, der ja schon in der dritten Folge aufgetreten ist, der wollte eigentlich sogar noch einen Punkt weitergehen, die Leute hier nicht nur degradieren, also die Loyalisten, sondern die wirklich des Hochverrats irgendwie anklagen. Elendi merkt dann aber auch, ja, letzten Endes zieht seine Tochter eigentlich hier, äh, ihren Vorteil aus diesem, ja, kann man schon fast sagen, eigentlich Putsch, ne? Ja. Ja, aber er beugt sich erstmal dem Anliegen und gibt seinen Rang inklusive seinem Schwert ab und das wird natürlich wohlwollend von dem gegnerischen Team aufgenommen. Ja, aber noch wohlwollend da von seinen Leuten, ne? Ja, aber sie, er sagt ja dann, also er wird dann immer wieder als Kommandant angesprochen und, äh, ne? Und trotzdem noch gefeiert, wo er sagt, nein, es ist jetzt fertig, ist okay. Natürlich macht er das nicht freiwillig und natürlich weiß man auch, dass er sich dagegen zur Wehr setzen wird, aber sie halten ihm doch, also seine Mannschaft hält ihm doch noch die Stange, ne? So wie sich das auch. Ja, also das war wirklich schon, also der geht ja da weg und im Vorbeigehen erweisen die ihm alle so den Respekt, das erinnerte mich sehr an, das erinnerte mich ein bisschen an die Eröffnungsszene von Gladiator, ne? Wo die da alle stehen, Tribun, Tribun, ne? Davon hatte das was. Fand ich gar nicht mal schlecht und ich muss sagen, den Elendil-Schauspieler, also diesen Lloyd Owen, der hat echt was, der sieht wirklich, der sieht aus wie eine Mischung aus, aus Aragorn und Faramir und du kannst dir wirklich vorstellen, dass der der direkte Vorfahre von, von Aragorn ist in den, äh, Peter Jackson-Filmen. Also ich hab auch ein bisschen gebraucht, bis ich mich mit dem angefreundet hab, grad so in der ersten Staffel dachte ich, ich weiß nicht, aber so Seite der zweiten, wo sie ihm halt auch ein ganz klein bisschen mehr Screentime jetzt auch geben, gefällt er mir auch richtig gut. Der bekommt auch noch mehr tatsächlich, also der hat für mich so, vor allem dann in Folge, äh, also in den kommenden Folgen wird der fast schon so eine Art Ned Stark, kann ich schon mal sagen, aber, äh, keine große Spoiler, er, ja, verzieht sich dann hier und, äh, dann haben wir noch kurz eine Szene zwischen, äh, Valandil, also dem anderen Kameraden von Isildo, der überlebt hat, also der andere hier Ontamo, der ist ja gestorben und Valandil erweist dann auch Elendil den Respekt, also die anderen rufen dem auch nach, ne, und Kemen will dann dafür, äh, Ruhe sorgen, bis Elendil dann verschwunden ist und an den wendet sich dann jetzt Earien, äh, also an Valandil und macht dem, äh, ein Angebot, ja, hier, ich, ich, ich kann mit dem König sprechen und mich für dich einsetzen und dich von dieser blöden Liste nehmen lassen, denn wir sind doch, wir sind doch, äh, äh, alte Freunde, ne, also sie sagt dann dann so, ja, du, du bist ja einer meiner ältesten Freunde und er tut das dann aber mit ab, ja, du beweist ja jetzt später, ältestens, wer hier wirklich deine Freunde sind, ne, und da merkst du wieder, dieser ganze Plot ist leider irgendwie echt so ein bisschen, ich, ich würde nicht sagen, dass der komplett aus dem Nichts kommt, aber er ist nicht gut entwickelt, Also Earien ist in die Richtung nicht gut entwickelt und, äh, weiß nicht, die Freundschaft zu Valandil, die wirkt halt auch wie so eine Behauptung, weil wirklich davon gesehen haben wir eigentlich nichts in der ersten Staffel. Ja, das stimmt. Ach, das ist leider schwach geschrieben an der Stelle und, ach Gott, Earien, weiß nicht, irgendwie tut mir die Schauspielerin ja auch fast ein bisschen leid, weil die Rolle einfach echt undankbar ist. In der ersten Staffel ist sie eigentlich nur rumgeeiert als Love Interest oder, weiß ich nicht, hier von wegen, ach, sie wird irgendwann mal was bauen und jetzt wird sie ja eigentlich nur noch zu Kollaboratoren degradiert, ne? Ja, zur Kollaboratoren für, äh, Pharrason, den wir in einer, äh, kurzen Szene sehen, denn obwohl er große, äh, Entrüstung darüber geäußert hat, dass die Königin sich hier von einem Elbenstein hat anleiten lassen, ja, äh, hat er selber anscheinend kein Problem, den auch mal zu benutzen, ne? Natürlich, ich meine, wenn er schon da ist. Allerdings kriegen wir das noch nicht zu sehen, ne? Also er enthüllt ihn und verwendet ihn wohl auch, aber das bleibt noch so ein bisschen im Unklaren, ne? Ja. Ist dann auch so meine Frage natürlich, also wie sie, wie sie das jetzt noch entwickeln, weil man muss ja dazu wissen, den Anstoß zu dem, was Pharrason hier vorhat, den gibt eigentlich Sauron. Das müsste dann eigentlich in kommenden Staffeln noch irgendwie zum Tragen kommen, weil in der ersten Staffel wurde ja bereits angedeutet, dass der ganz kurz, also, wenn du dich erinnerst, da, da ist ja, ja gut, du hast das, du hast ja jetzt den Rewatch nicht nochmal gemacht, aber, äh, da gibt's ja die Szene, wo Galadriel und Hallbrand sich aus dem, aus dem Gefängnis befreien, oder zumindest Galadriel. Äh, und der nimmt da ganz, Hallbrand nimmt da ganz kurz Einfluss auf Pharrason an einer Stelle. Okay. Ne? Also, da wurde schon was angedeutet, was, äh, wichtig ist, weil, also Sauron ist noch wichtig für den Pharrason-Plot, mehr sage ich dazu nicht. Äh, wir landen dann aber völlig woanders, äh, nämlich, äh, bei den Elben, wo Gil Galad, äh, jetzt einen Brief erhält von Celebrimbor, der ihm auf Deutsch gesagt, die Hucke volllügt, ne? Ja, was ist der Inhalt des Briefes? Also, wir kennen ihn ja eigentlich schon, aber wir hören's jetzt hier nochmal aus dem Off. Celebrimbor drückt ihm rein, ja, hier, die Schmiede ist stillgelegt, die Werkstatt ist leer, ich lade euch in Bälde ein zu einem Besuch in Eregion, ja, und während wir das hören, kriegen wir exakt das Gegenteil zu sehen, ne? Ja, 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 er hat sich ja auch damals, als er diesen Brief geschrieben hat und im anderen Teil dann auch gesagt, ja, aber du lügst und was soll denn das und so, hat er sich da auch sehr, sehr gewählt und sehr gepflegt ausgedrückt und, ja, lässt aber trotzdem die Schmiede krachen natürlich. Oh ja, wobei ich mir dann, äh, schon die Frage stelle, äh, also das kam für mich in der, ich glaub in der zweiten Folge war das, das kam für mich so ein bisschen aus dem Nichts, äh, wo hat denn Celebrimbor jemals verboten, weitere Ringe zu schmieden? Also da könnte ich mich überhaupt nicht dran erinnern und irgendwie macht das auch keinen Sinn, weil überleg mal, sie waren doch jetzt so erfolgreich mit den Elbenringen, das heißt, der müsste doch eigentlich befürworten, dass sie noch mehr davon herstellen oder nicht? Ja, aber ich glaub, dass Gil Galat da genauso ist, wie alle anderen auch, der hat Schiss, Macht abzugeben, der hat Schiss, dass vielleicht andere noch mächtiger werden oder noch mehr Einfluss nehmen auf das Geschehen in Mittelerde, also verboten hat er nix, aber ich glaube, wenn man ihm eröffnet hätte, ach übrigens, wir haben vor, noch das zu machen und noch das zu machen. Dass er dann auch gesagt wird, okay, richtig, ja, und, äh, grad für die Zwerge und dann auch noch Menschen, da wäre er, glaub ich, direkt durchgedreht, was heißt durchgedreht, wahrscheinlich, lass ich, glaub ich, spinnen. Ja, naja, also das, das, das mit dem Brief fand ich schon, fand ich schon ganz gut und man, man hat ja auch Gil Galat in der ersten Staffel ja auch jetzt nicht grad als, es ist jetzt nicht grad der mega sympathischste Typ, ja, und ja, auch er strebt nach Macht. Da übrigens kurz ein Funfact, äh, Gil Galat hat in der Serie tatsächlich im Deutschen dieselbe Synchronstimme wie Thranduil in den Hobbit-Filmen, also der, der Elbenkönig im Düsterwald, der Vater von Legolas und der ist ja ein ebenso arroganter Arsch eigentlich, ne? Also, das, das passt schon perfekt, äh, aber er wirkt auch so ein bisschen abwesend, denn hier steht die, äh, Kommandantin, äh, der Heere des Südens, also so das Pandons Galadriel, die ja bekanntlich die, die Herführerin des Nordens ist, die spricht zum König und eröffnet ihm, ja, unsere Armada, also sprich, die, die, äh, die Schiffe, die sind jetzt bereit. Kille Brimbor ist, ist sicher in Eregion und wir müssen jetzt hier zuschlagen in Mordor, also sprich, wir müssen jetzt hier Säge setzen, denn Arda gewinnt jeden Tag an Stärke und, ja, Galadriel lag falsch, wir müssen Mordor angreifen und Eregion ist nicht unser Ziel, ne? Ja, da sieht man doch schon, dass etwas von Saurons Erplan doch auch mal ein bisschen funktioniert. Ja. Also, was heißt ein bisschen, aber so sein größerer Plan, zumindest kam es mir bisher so vor, ist ja wirklich von sich abzulenken und die Gefahr auf Arda zu konzentrieren. Also, Arda, dessen Armee er aber wiederum auch für seine Zwecke instrumentalisiert hat, ne? Ja, ja, natürlich, natürlich. Es geht ihm ja eigentlich wirklich nur darum, ihm, also seinen Konterhenten aus dem Weg zu schaffen, er muss sich die Hände nicht großartig schmutzig machen und übernimmt dann die Org-Party. Also, Arda lässt er eigentlich, also, es gibt zwei Möglichkeiten, wie er sich Arda entledigen möchte, entweder durch die Elben oder aber dadurch, dass Arda versucht, für ihn Eregion zu erobern und er dann Arda am Ende aus dem Weg räumen kann, ne? Also, für Sauron ist das eigentlich Win-Win. Eben, ja. So oder so, er will, äh, den Org-Vater will er loswerden. Sich natürlich auch an dem rächen, was man ja irgendwo sogar verstehen kann. Aber Gil-Galat wirkt ja auf jeden Fall auch ein bisschen abwesend und er hat ja auch einen der Elbenringe, äh, durch den er jetzt auch eine Eingebung hat aus der unsichtbaren Welt. Beziehungsweise er hat eine Art Vision und ich muss sagen, die fand ich sehr, sehr krude. Wie ging's dir da? Ja, ging mir genauso. Also, ich fand's auch mal interessant. Galadriel hat ihn ja auch gefragt, ob er das hat, ob er Visionen hat, ob er irgendwelche Voraussehungen hat. Und das hat er ja auch nie wirklich, wirklich beantwortet. Das behält er eher für sich, glaube ich, ne? Ja. Ja, weil, weil er schon merkt, okay, gut, es geht eine Macht von dem Ring aus, die halt weitaus stärker ist, als er sich das wahrscheinlich vorgestellt hat oder erwartet hat. Und ich glaube, es beunruhigt ihn auch auf eine gewisse Art und Weise, dass Galadriel vielleicht auch unter anderem, naja, ja, doch schon halt recht haben könnte. Aber, ja, die Deutung seiner Vision, ja, wie soll ich's am besten ausdrücken? Die ist schon, also ich muss sagen, das war, glaube ich, bislang das Kryptischste, was die Serie einem vorgesetzt hat, weil man sieht da irgendwelche Explosionen, man sieht Sauron in Rüstung aus der ersten Staffel. Tote Fische. Und ja, ja, Fische. Was war das bitte mit Fischen? Also, das verstehe ich nicht. Da muss ich, da muss ich wirklich sagen, da kann ich mir keinen rein drauf machen. Also, wirklich überhaupt keinen. Ja, wahrscheinlich ist das vielleicht eine so der, also, vielleicht einfach einen Bezug zur Realität. Also, so kam's mir vor. Ja. Weil das, das, das waren so Punkte und so Ausschnitte, die, die waren teilweise schon ein bisschen fehl am Platz, fand ich. Also, das hätte ich nicht gebraucht. Klar, okay, man kann sagen, oh, die Welt, also der Untergang der Welt und, ja, aber das hat ja nichts mit Mittelerde in dem Sinn zu tun. Also, ich hätte das nicht gebraucht, aber aus dem Rest wird man halt auch nicht groß schlau. Ja, also, mich hat's irgendwie, ja gut, vielleicht liegt's daran, dass ich's hier zuletzt geguckt habe. Ich, ich, ich hab zuletzt, äh, sowohl das Remake als auch das japanische Original von The Ring nochmal gesehen neulich. Und, äh, irgendwie wirkte das auf mich wie so ein Mittelerde-Equivalent von dem Ring-Video. Hm. In sieben Tagen bist du tot. Er hat ja auf jeden Fall, also, äh, er wirkt so ein bisschen abwesend, ne, so, so für sich stehend und hinter ihm hat die Kommandantin, äh, auch Bedenken zu stark auf diese Ringe zu vertrauen. Ähnlich wie, äh, Elrond, äh, den wir mal ganz kurz sehen, also ich glaub, das ist irgendwie eine 15-minütige Einstellung, äh, 15-sekündige Einstellung, minütige, genau. Der jetzt irgendwie nach, äh, Lindon zurück eilt und teilweise auch da seinen Umhang abwirft, weil er wie bescheuert durch den Wald rennt, ne? Also, wir erinnern uns ja, Galadriel hat sich ja am Ende der vierten Folge, hat die ja, äh, die Orks in Schach gehalten, damit sie abhauen können. Und Elrond war dann da aber auch ziemlich angepisst, weil er ziemlich schnell registriert hat, äh, dass Galadriel nicht sie schützt, sondern den Ring, ne? Ja. Es war wirklich nur eine ganz kurze Szene, denn, äh, wir kommen, äh, wieder nach Moria zu den Zwergen, äh, zu einer Szene zwischen, äh, Disa und Durin diesmal. Denn, äh, ja, die pflegen anscheinend den Elbenbaum, äh, den Elrond Durin ja schon vor längeren Jahren wahrscheinlich geschenkt hat, indem sie, äh, die Blätter abschneidet und man merkt sofort, die haben anscheinend mal wieder ein bisschen Knatsch miteinander, ne? Ja, weil dieser ja auch dem Ring null vertraut und, ja, sie halt immer wieder versucht, dass Durin mit seinem Vater redet, um ihn vielleicht einfach auch noch mehr auf die Gefahren des Ringes hinzuweisen. Ja, obwohl der Konflikt zwischen denen ist ja jetzt eigentlich relativ aus dem Weg geräumt, also für mich ging's in dem Gespräch eigentlich eher darum, dass, äh, Disa jetzt so das Gefühl hat, also man muss ja bedenken, sie ist ja eine Steinsängerin und letzten Endes ist, wird sie jetzt eigentlich nicht mehr gebraucht. Sie ist eigentlich von der Macht des Ringes jetzt ersetzt worden und Durin ist ja wirklich so, ja, ich hab's dir doch gesagt, ne? Du, du wolltest das unbedingt, dass wir das mit den Ringen machen und jetzt hast du den Salat, ne? Ja, stimmt, 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 stimmt. Ja, aber ich find, das ist auch, ist auch einfach, das ist einfach wieder eine, eine tolle Szene zwischen den beiden, die macht so Spaß, sie sitzt, sie steht aus, also sie schneidet an den Blättern dann so ein bisschen rum. Das fand ich echt schön, dass da mal so was Alltägliches gezeigt wird bei denen, ne? Also bei denen noch am Essen, auch mal wie die essen oder so. Wobei mir aufgefallen sind, die Kids sind gar nicht mehr dabei. Ja, die sind nur, die werden nur mal irgendwie, ja, aber die waren in der ersten Staffel auch nur so ganz am Rande. Ja, Spaß. Weil es ist, glaube ich, entsetzlich schwierig, Zwergenkinder darzustellen. Es wäre witzig. Also die hatten ja in der ersten Staffel, hast du die ja nur ganz von Weitem gesehen und da hatten die Masken auf und du musst bedenken, die jungen Schauspieler, mit denen können die auch nicht lange drehen, ne? Ja, ja, schon klar, ich hab, das ist mir nur in dem Moment, weil du ja gerade so das Alltägliche und so diesen, was sie halt tun, was Zwerge halt machen, da dachte ich noch eigentlich, eigentlich fehlen die Kids. So, dass die dann rumspielen und vielleicht auch noch, du bräuchst es ja auch nur zu hören, okay, gut, das muss jetzt nicht sein, klar. Ne, aber so als, da hatte ich noch, Moment, die hatten doch noch Kinder. Ja, 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 es ist immer mal wieder die Rede von denen, aber ja, es ist schade, ne? Aber man merkt auf jeden Fall, dass Lisa so ein bisschen eifersüchtig ist auf die Ringe, ne? Weil sie meint von wegen ja hier, die Berge zu hören und zu besingen, das war ja ein Geschenk praktisch von Aule, ne? Und das hat sie über Jahre hinweg verfeinern müssen und jetzt einfach nur diesen Ring dafür zu nehmen, das fühlt sich für sie an wie Schummeln bald, ne? Ja. Lehrling sozusagen gewesen von Aule, ne? Aber Durin lässt sich dann erst so gar nicht wirklich drauf ein und also er meint, sein Vater weiß diese, diese Macht, die in dem Ring steckt, schon irgendwie kann zu haben. Und, äh, Lisa ist sich dann aber nicht so sicher und meint dann, naja, also, das kann eine Prüfung sein, selbst für die Tugendhaftesten unter den Zwergen und sie hofft inständig, dass der König sich selber treu bleiben wird, trotz des Ringes. Wie wir dann ja später sehen, ist das nicht unbedingt mehr der Fall, aber wir haben dann noch eine andere Szene mit beiden, die sich auf den Zwergenmarkt begeben und Lisa hat da sehr schnell ein Auge auf was ganz Besonderes geworfen, ne? Ja, und ich dachte in dem Moment, okay, auf dem Zwergenflohmarkt gibt's Paladiers für Oma. Nee. Also ich hab mir das Ding angeguckt und dachte, okay, gut, nee, das kann nicht sein, also das Ding, nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber sie ist natürlich direkt davon angetan. Ist ein Kristall wohl irgendwie, ich dachte erst, es wäre ein Mondstein, aber es ist anscheinend ein Kristall und der kostet ordentlich was. 200, meint der Händler und ja, Doreen will zum einen nicht so viel blechen, da fand ich ein bisschen schade, wir erfahren leider gar nicht, was die Währung hier ist, ne? Ja, das stimmt, aber ich fand den Verkäufer ganz witzig in seinem, also naja gut, das war jetzt kein Bauchladen, aber der hat dann auch so eine kleine Luke, wo er aufmacht und rauskriegt und dann seine Hand rauskriegt. Und was man nicht vergessen darf, da kommt auch dann ein, es kommt nämlich noch was obendrauf, weil es wird sich ja natürlich aufgeregt und gesagt, ja Moment, also so viel Geld, ja, es gibt nämlich noch eine Art, ja, Tribunsteuer für den Ring. Genau, die hat, die hat der König eingeführt, also praktisch eine Steuer, die er den Ringtribut nennt und das kommt dann beiden merkwürdig vor und Disa versucht dann den Käufer so ein bisschen weich zu kochen von wegen, ja, es soll ein Geschenk für unsere Tochter sein, die, weiß ich, hat, ja, nee, Geburtstag nicht, hat sie nicht gesagt, aber auf jeden Fall Geschenk für die Tochter. Und will das dann runterfalschen auf 100 statt 200. Ich muss sagen, das fand ich wirklich goldig, wie Dureen sich da erst querstellt und sie dann, also du merkst wirklich sofort, bei den beiden hat sie die Hosen an, ne? Absolut. Sie macht ihm auch klar, das wird gekauft. Er hat da zwar immer so, ja und ach ja, aber das zählt eigentlich gar nicht. Sie will es haben, also wird es gekauft, fertig. Genau, aber, ja, also er gibt ihr so wie erst wieder will ich das Geld, Dureen und der macht sich dann davon und als der dann weg ist, gibt sie dem Verkäufer dann anscheinend doch mehr als 100, ne? Also 100, 150 oder was schiebt sie dem rüber? Aber dafür bekommt sie dann die Kugel und hat aber leider gar nicht so viel von der, denn jemand rempelt sie an im Vorbeigehen, sie lässt sie fallen und, ja, verfolgt die dann, während die so quer über den Markt davon rollt, ne? Und sie rollt weiter und sie rollt weiter und sie rennt hinterher und kommt dann in eine neue Höhle, die anscheinend die Zwerge geschlagen haben. Ja, so eine Felsspalte. Oder so eine Felsspalte, ja, aber wobei das ja schon ein großer Durchgang war, fand ich. Ja, sie, sie, ja, sie muss sich da schon durchquetschen mit einer Laterne. Und kommt dann an eine Höhle mit See. Genau, ein unterirdischer See, wo auch ein ziemliches Echo ist und da sie ja Steinsängerin ist, ist sie wohl einfach zu neugierig und stimmt dann so einen kurzen Vocal an, der dann auch ordentlich wiederholt. Und sie findet dann zwar ihre Kugel, hört dann aber noch andere Geräusche und auf einmal, ja, kommt eine Woge des Wassers, also wirklich eine Welle auf sie zu und sie erschreckt sich und lässt die Kugel fallen. Und die Kugel zerbricht. Genau, die zerbricht und spätestens da wissen wir, das war kein Palantier. Das war kein Palantier. Das habe ich mir dann auch gedacht. Ich meine nämlich, in der dritten Folge ist die Kugel ja auch auf den Boden gefallen und da meinte Lasse im Recap auch, das war wohl eine Anspielung auch darauf, wie, ja hier, der Palantier, der fällt ja eigentlich bei Saruman, also kommt er da ins Spiel. Und als der da auf die Treppenstufen fällt, passiert dem Palantier nichts, während die Treppenstufe zerberstet. Also, die sind unkaputtbar, die Dinger. Ich fand das echt schön, dass man Disa mal komplett allein gesehen hat und ein Detail fand ich auch sehr schön, auf diesem Zwergenmarkt hat man ganz kurz gesehen, dass da irgendwie Babykrokodile oder so in Käfigen sind, ne? Ja, auch Zwerge brauchen Haustiere. Ich hätte zwar was anderes genommen, aber. Oder Essen, ja. Wer weiß, aber das war wirklich eine ganz schöne Szene. Also, da merkst du auch bei Disa, da wird auch jederzeit ihre Fähigkeit, das hier Steinsingens und so, das wird bei ihrem Charakter immer mit eingebracht. Also, das ist wirklich was, was sie ausmacht, ne? Und deshalb muss ich auch sagen, also, Disa ist für mich eventuell mittlerweile eine der besten Figuren der gesamten Serie. Ah, die ist mega. Ich find's wirklich so schön, dass sie denen mehr, mehr Zeit gegeben haben und sie strahlt auch wirklich was aus. Und grad die beiden, Disa und Dorit, das, das, ja, das ist für mich immer so ein Garant für Spaß. Ja. Weil sie sich auch selbst nicht zu ernst nehmen und einfach eine schöne Harmonie verspringen. Also, es macht mir unheimlich viel Spaß, denen da unten zuzuschauen. Ja, die machen mir auch wirklich Spaß. Ja gut, ich hab jetzt zuletzt ein Interview mit der Darstellerin Sophia Nomwett gelesen und da muss ich zugeben, die redet da schon wirklich sehr viel über hier Repräsentation, Diversität etc. Ja, kann sie ja gerne, aber ich würd halt gerne auch mal ein bisschen mehr darüber erfahren, wie sie die Figur sieht. Äh, aber unabhängig davon, äh, macht die wirklich Spaß in der Rolle. Also, die, also, ich kann's immer wieder sagen, ich glaub, die hat die Rolle in erster Linie bekommen, weil die mit Owen Arthur, glaub ich, einen sehr, sehr guten Screentest gehabt haben könnte. Die, die ergänzen sich einfach wunderbar, wirklich wie so ein altes Ehepaar. Und was ich auch wirklich faszinierend an der finde, sind die, die hat ja wirklich Augen wie so Bernsteine, ne? Ja, es kam mir so zwischendrin, also, ich find, wenn, wenn's von, von weiter, von weiter weg ist, sieht's eher aus, als ob ihre Augen immer glühen. Ja, das hat was. Wenn du näher dran gehst, hast du dieses, also, so, ich kann jetzt nur von mir reden, wenn du näher dran gehst, hast du dieses Bernsteinfarbene, was dich auch noch so ein bisschen beruhigt und du guckst rein und denkst, wow, aber von weiter weg denkst du, oh, okay, die spuckt auch Feuer. Ja, die weiß auf jeden Fall, äh, sich durchzusetzen gegenüber ihrem, äh, grießgrämigen Ehemann, ne? Ähm, aber zu dem, äh, kommen wir gar nicht, nämlich eher zum grießgrämigen König, der aber gar nicht mehr so grießgrämig ist, denn, äh, König Durin III. hat hier Abgesandte aller Zwergenreiche versammelt. Äh, da muss ich sagen, das hab ich beim zweiten Mal erst so richtig mitbekommen. Ich dachte nämlich wirklich, hier würden andere Zwergenkönige sitzen. Aber nein, es sind nur Boten. Ja, ich hab nämlich auch mir aufgeschrieben, bevor ich die Szene, also, beendet hatte, oh, er verteilt die Ringe. Aber dann danach dachte ich, okay, gut, nee, das waren wirklich nur Botschafter. Genau, und das hat auch Methode bei ihm, denn, äh, er hat durchaus Hintergedanken dabei, ne? Lässt sie aber erst mal noch nicht so, äh, an die Oberfläche. Äh, da muss ich sagen, mit den Zwergen, da haben sie jetzt, das haben sie auch schon verbessert, äh, Disa wirkt nicht mehr ganz so isoliert, also halt die, äh, Sophia Nomwet, äh, als, ja nun mal eben nicht, äh, kaukasische Schauspielerin, die wirkt nicht mehr ganz so isoliert, denn einer dieser Boten ist zum Beispiel auch, äh, schwarz. Das find ich gut, weil das bereichert so Stück für Stück das Worldbuilding. Da hätten sie in der ersten Staffel schon noch mehr machen müssen, aber sie gehen jetzt schon so langsam ein bisschen mehr in die Richtung, hab ich das Gefühl. Ich find's halt auch toll, dass sie einfach wirklich unterschiedliche Zwerge zeigen, auch von der, von der, von der Kleidung, von der Rüstung her teilweise. Ja. Du siehst einfach, okay, die kommen aus aller Gebirgslande irgendwo hergereist. Und da dachte ich auch, hey, cool, hoffentlich kriegen wir da vielleicht in der nächsten Staffel, also ich würd's mir zumindest wünschen, vielleicht auch ein bisschen mehr zu sehen. Ja. Dass du vielleicht mal noch eine andere Zwergenstadt siehst. Ja, oder zum Beispiel, wo Disa herkommt, ne? Oder das, ja. Kann ja, ne, das, ach Mensch, also das wurmt mich einfach, dass wir, dass wir da so wenig Geschichte zu haben. Zum wirklich eventuell, ja, besten Charakter der gesamten Serie, ich sag's nochmal. Aber anyway, König Durin hält hier einen kleinen Vortrag darüber, dass sich Mittelerde verändert. Die Dunkelheit breitet sich aus. Er meint dann aber, ja, sie haben jetzt hier durch Aulus Gunst, haben sie diese Prüfung bestanden. Also sprich, sie haben jetzt hier wieder Licht. Und, äh, andere, äh, werden das, äh, also werden diese Prüfung bald auch, äh, ablegen, mehr oder weniger. Und ein neues Zeitalter für die Zwerge einläuten. Denn er lässt hier die Ringe kredenzen. Und meint dann, dass sie nicht einfach nur mächtig sind. Also, dass sie ihnen wirklich Macht über die Erde, Macht über den Fels geben. Sondern auch wirklich, äh, äh, dazu genutzt werden können, um das Schicksal aller Zwerge zu verändern. Und als einer dieser Abgesandten aber schon nach einem der Ringe greifen will, schärft Durin ihm ein, dass, äh, ja, die nur wirklich für ihre Herren bestimmt sind. Also wirklich nur für die Zwergenkönige. Und dass alles hier seinen Preis hat. Das wird dann immer noch nicht ganz offenbart, was ich sehr gut fand in der Szene. Ja, hat mir auch gefallen. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, ist, er streicht so über diesen Ringhalter. Mhm. Und du siehst, eigentlich will der gar nichts hergeben. Eigentlich will er die ganzen Ringe für sich behalten. Also so kam es mir rüber. So dieses, dieses, oh nee, als er nämlich noch, als, genau, der Bote nämlich danach greift, siehst du halt so dieses, ja, Moment, nee, 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 nee. Also du sowieso nicht. Aber eigentlich, nee, eigentlich will ich sie gar nicht hergeben. Ja, oder nur, äh, für den maximalen Profit, den ich für mich rausschlagen kann. Ja, das sowieso. Da haben wir dann nämlich jetzt hier eine Montage, die verschiedenste Ecken von Moria zeigt, während wir da, äh, König Durin im Off haben, der halt, äh, noch mehr Gold und Reichtümern unter dem Berg wittert und tiefer graben will, als bisher, ja, als sie sich bisher gewagt haben, über Jahrhunderte hinweg wohl wirklich. Er steht dann da, berät sich mit Navi und versteht dann auch gar nicht, ja, wer hat denn hier diese Vorschriften erlassen, wie tief man gehen darf? Und, äh, Navi wundert sich dann so ein bisschen, ja, das wart ihr doch selbst. Mhm. Vor Jahrzehnten. Und, und dann ist der König kurz verwirrt und merkt dann so, ja, wo ist, wo ist eigentlich der scheiß Ring? Ich hatte ihn doch noch gerade, ne? Er hat ihn, er hat ihn anscheinend nicht am Finger und, äh, hat dann irgendwie auch schon vergessen, dass er seine Anschein abgenommen und weggelegt hat, weil er ihm zu schwer wurde. Da merkt man, ja, so langsam, ich meine, das erinnert ja schon so ein bisschen auch an Bilbo, ne? Im, im Herr in der Ringe, der ja wirklich, äh, also da, da gibt's ja im Extended Cut von Peter Jackson gibt's ja diese Szene, wo der da sein Buch schreibt und dann plötzlich ja, wo, 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 wo ist der Ring und dann wirklich direkt auch ungehalten wird, als er den erst nicht findet und dann merkt er, dass er den die ganze Zeit hat, das schadet, ne? Ja, Entzugserscheinungen. Ja, wirklich, wirklich. Das, äh, auf die Spitze getrieben bei Lord of the Weeds so ein bisschen, ne? Da haben sie dann ja auch diese Szene genommen und, und, äh, und Bilbo hat dann den Bongring in der Hand und zieht sich erst mal die Nase durch, aus, aus der Faust, ne? Egal, ja. Oh Gott, Lord of the Weed. Äh, deutsches Kulturgut, deutsches Kulturgut. Hab ich mir nicht angeguckt. Äh, was? Nicht gesehen? Okay. Nein. Oh Gott, guck's dir an. Aber ja, danach kannst du, äh, zumindest den Prolog von Herr der Ringe kannst du danach nie wieder ernst nehmen. Das, das ist so ein bisschen wie mit, wenn du zu Off-Cold-Mirror gesehen hast, dann kannst du auch Dumbledore in Harry Potter, in den ersten Harry Potter-Film nicht mehr so wirklich übel nehmen, weil du dann halt die ganze Zeit Fresh Dumbledore im Kopf hast. Hab ich auch nicht geguckt. Ich glaube, ich hab auch nichts verpasst. Oh Gott, doch, doch, doch. Du hast was verpasst. Hier auf YouTube, äh, alle, äh, direkt hier nach, äh, Code-Mirror oder Lord of the Weed gucken. Aber, äh, anyway, äh, der König wird dann auch relativ ungehalten, findet dann aber doch den Ring. Und, äh, also der liegt dann da, er steckt sich den, glaube ich, auch dann direkt an und, äh, weist dann nah wie an, fangt an zu graben und streicht auch jegliche Restriktionen, die ich da mal irgendwann, äh, erlassen habe, ne? Und da ist Navi dann auch schon so ein bisschen, okay, alles, alles, alles gut, Majestät, so ein bisschen, ne? Will dann aber gehen und, äh, ja, ihm kommt dann, äh, Durins Sohn Durin entgegen. Um nochmal mit seinem Vater über den Ring und, äh, eventuell mit einhergehenden Veränderungen zu sprechen. Ja, aber vor allem darüber, was Disa gerade erlebt hat, ne? Dass da was ist unter den Minen und dass sie dort besser nicht graben sollten. Ja, was könnte das wohl sein? Genau, und, äh, Navi steht ja dann da immer noch so zögert und ist so im Widerstreit zwischen, äh, zwischen, äh, beiden Durins, weil der eine sagt ihm halt, lass das besser sein und der König sagt ihm, ja, du hast deine Befehle, ne? Und der verkrümmelt sich dann relativ schnell und, ja, der König eröffnet dann seinem Sohn, ja, komm, also hier die Steinsängerin, lass die gewesen sein, wie die wollen, aber die konnten den Berg nur hören. Ich kann jetzt alles sehen. Ja, durch den Ring kann ich sehen, was da unten ist. Jede Unze, jeden Juwel, alles kann ich sehen. Und, und, äh, Disa, Disa, erzählt doch Quatsch, also da, da, da besteht doch keine Gefahr. Ja, es ist, jetzt kommt halt wirklich die, die Gier absolut zum, zum Vorschein und gewinnt halt auch immer mehr Macht über ihn, egal, was daraus resultieren könnte oder was daraus halt auch kaputt gehen kann. Ja, und da muss ich auch sagen, äh, ich hab mich schon in der ersten Staffel echt so ein bisschen geoutet als Fan von Peter Mullen, äh, als, äh, Zwergenkönig und ich find den, ich find den hier richtig klasse. Der, der schafft's auch wirklich mit wenig Gestik und Mimik, auch wie, wie Anata, dir schon klarzumachen, dass er eigentlich am liebsten bei dem Wort Gold und Juwelen und sonst irgendwas anfangen wird zu sabbern. Ja. Ja, aber der macht es mit wenig und es kommt wirklich so viel rüber, auch wirklich super gemacht. Ja, also du merkst schon, dass Peter Mullen, glaube ich, so ein bisschen eingeschränkt ist, eventuell unter dieser Zwergenmaskerade. Ich mein ganz ehrlich, hands down, du kannst den überhaupt nicht erkennen. Ich weiß gar nicht, ob du jetzt so eine, so eine Referenz hast. Ich mein, du hast ja auch die Serie Westworld gesehen, ne? Ja, ja. Er ist ja James Delos, ne? Ja, ja, ich weiß schon, schon klar, wer Mullen ist. Und, ja. Aber genau das mein ich. Also der schafft's tatsächlich mit, ja, ob das jetzt ihn so, ja, bestimmt schränkt's ihn ein, klar, in seiner, in seiner Mimik. Ja, genau, zum einen Mimik oder eher so den Ausdruck der Augen schon in der ersten Staffel und hier vor allem ganz stark seine Stimme. Ja. Der hat wirklich, der spielt so gut hier. Also wirklich, ich find's wirklich schön, dass wir auch jetzt wirklich einiges von ihm sehen, weil der ist in der ersten Staffel, ja, so doch sehr am Rand gewesen, leider, ne? Das war eher so Setup. Wie gesagt, man merkt schon, dass der ein bisschen, glaube ich, so schauspielerisch eingeschränkt ist durch das Kostüm und durch die Maske. Aber er macht das Beste daraus und konzentriert sich auf seine Stimme und seine reine Präsenz und das funktioniert wunderbar. Also da merkst du auch, was das für ein guter, versierter Schauspieler ist einfach. Wir bleiben dann aber nicht bei den Zwergen, sondern wechseln rüber nach Eregion. Und was ich da sehr charmant fand, also Kelly Brimbo sitzt ja da an seinem Schreibtisch und er hat als Briefbeschwerer anscheinend so ein Mini-Amboss, ne? Na ja, wenn schon, denn schon. Das war ein schönes Detail. Ich finde, ich muss sagen, diese ganzen Schmiedeprozesse gefallen mir auch sehr gut. Klar, sollten sie jetzt in Überhand nehmen. Ja, wir sehen da eigentlich gar nicht so viel von, ne? Ja, aber ich fand das schon in der ersten Staffel fand ich das schon, als sie so seine, als sie die Schmiede so gezeigt haben, was da für kleine Gimmicks noch drin sind, auch so mit dem Lichteinfall und es hat mir auch wirklich riesig Spaß gemacht, da so ein bisschen zu gucken und zu entdecken. Und ich finde auch die die Schmiedevorgänge, von denen man ja, ja, natürlich wiederholen sie sich immer wieder, aber ich finde es auch wirklich sehr toll und stimmungsvoll in Szene gesetzt. Und natürlich kann man sich darüber streiten und sagen, okay, muss das jetzt so einen langen Fluss oder so eine lange Bahn entlang fließen und dann nochmal extra geschmiedet. Aber optisch ist das schon sehr schön gemacht. Ja, also da muss ich auch sagen, was ich hier sehr stimmungsvoll fand, schon in der dritten Folge, das ist mir im Nachhinein nochmal aufgefallen, wo Kille Brimbo da diesen Brief schreibt. Also da sitzt er ja an derselben Stelle wie hier. Das fand ich schon stimmungsvoll, wie so das Licht durch dieses Fenster auf ihn fällt. Das hast du jetzt hier nicht so, weil es ja hier, glaube ich, eher dunkel draußen ist. Er sitzt dort jedenfalls, schreibt aber keinen Brief, sondern, ja, zeichnet anscheinend an einem Entwurf der Türen von Durin. Also man sieht auch im Hintergrund, dass er da wohl irgendwie auch mehrere Versionen von hat. Aber ich muss sagen, das finde ich wirklich schön, wie sie das hier mit eingebracht haben. Und es passt auch wunderbar zu Kelle Brimboa. Aber ja, er wird dann relativ aus seinem Arbeitsprozess rausgerissen, denn es gibt Geräusche in der Schmiede und die Stimme einer Elbenfrau, die er hört. Und deshalb geht er dann runter zu seinen Gehilfen, die ein bisschen perplex sind, was hier passiert gerade, ne? Genau, es fliegen nämlich Sachen durch die Gegend. Genau, und das wie von selbst. Und ja, kleinere Sachen, aber auch eine Zange, die wie von Geisterhand durch den Raum schwebt. Als dann Kelle Brimboa meinte, ja, was treibt ihr denn hier? Anata klärt ihn dann auf, ja, wir haben mal was Neues versucht für die Ringe, ne? Also neues Design praktisch. Er sagt dann noch hier, hier diese Medania, diese Gehilfin, die wollte die Größe anpassen und ja, ist dann anscheinend unsichtbar geworden, ne? Und das ist auch so ein Punkt, den ich interessant finde. Mhm. Gerade so, weil ich gedacht habe, ah, okay, cool, die testen die auch vorher. Also die haben dann wirklich einen Crash-Test damit, dem sie dann den Ring aufsetzen und gucken, was passiert. Also ich habe mir die Szene auch mehrfach angucken müssen, um überhaupt da gerade mal in dem Moment zu verstehen, dass das aus Versehen draufgekommen ist. Also dass sie den Ring aus Versehen angezogen hat oder dass der Ring sich in ihren Finger reinbewegt hat und man weiß ja selbst nicht genau, was die, was die jetzt alles für eigenwillige, ihren eigenen Willen ja halt natürlich auch haben. Mhm. Aber da hätte mich tatsächlich, wo ich auch gedacht habe, wollen sie mehr wissen? Ja, da hätte ich gerne ein bisschen mehr gewusst, so diesen Prozess, also nicht den Prozess der Herstellung, sondern ja, da probiere ihn mal an, vielleicht passte der ja auch. Da habe ich ein bisschen gebraucht, bis ich es gerafft habe. Aber es hätte mich echt noch ein bisschen interessiert. Ja, vor allem, man muss bedenken, es ist ja auch kein Elbenring, den sie da aufsteckt, ne? Mhm. Ja. Dass sie dann dadurch unsichtbar wird. Also das ist ja auch ein, ich sag mal, Nebeneffekt, den sie anscheinend bisher noch nicht hatten. Ja, irgendwie kriegen sie, also erst, ich glaube, da lodert auch wirklich dann groß das Feuer auf. Der Amboss löst sich von der Decke und trifft fast eine Zwergenfrau, die Celebrimbor dann so aus dem Weg stoßen muss und der dann aufhelfen muss. Ich war bei der ganzen Nummer so am Überlegen, war das jetzt ein Versehen oder hat Anata da irgendwie seine Finger im Spiel gehabt? Ich bin mir gerade so im Bezug auf die Mir Dania nicht so ganz sicher, weil sie ja auch immer, also was heißt immer, aber sie ist dem Ganzen ja auch jetzt nicht so richtig aufgeschlossen entgegen. Also sie ist immer so aus einer Person, die am Rande steht, die jetzt auch selten, also die jetzt, glaube ich, auch erst so eher in den Mittelpunkt tritt. Die jetzt wirklich erst eine Figur wird, ne? Genau, richtig, ja. Aber ich dachte mir auch nämlich, war das gewollt, um sie vielleicht auch ein bisschen zu locken? Ja, oder um Celebrimbor zu beeinflussen natürlich auch. Und noch mehr zu beeindrucken, einfach um zu zeigen, ey, guck mal, was ich hinkriege und A, du, nett, ne? Klar, aber wir könnten das Ganze noch größer machen, als es sowieso schon ist. Und ich bin mir ehrlich, also das ist ja wie ein Würfel Zucker, keine Ahnung, für ein Pferd oder so oder eine Karotte für ein Pferd. So rum. Ja, es ist nur die Frage, halt bei wem, ne? Ob es ein Lockmittel für Celebrimbor ist indirekt? Ich glaube für beide. Ja, ja, Medanja wird dafür eher missbraucht, würde ich sagen, von Sauron. Celebrimbor kriegt es auf jeden Fall hin, sie zu stoppen. Also da schwebt ein Hammer wie von selbst auf ihn zu. Er kriegt ihn zu packen. Ich muss sagen, das fand ich ein bisschen, also das ist jetzt wirklich nichts gegen Charles Edwards, der macht einen guten Job, aber ich frage mich echt, wie das wohl beim Dreh war. Wie der da wirklich so diesen Hammer mitten in der Luft festhält und dann so tut, als würde er mit dem kämpfen, ne? Das muss drollig ausgesehen haben am Set. Aber er kriegt es hin. Also er, er fühlt sie und schafft es ihr sogar den Ring abzuziehen. Sie taucht dann auch wieder auf. Ja, und wirkt einigermaßen verstört, was sie da erlebt hat, ne? Genau, denn auch sie war in einer Zwischenwelt. Genau, in der unsichtbaren Welt, ne? Die wir ja vor allem aus Herr der Ringe daher kennen, wenn Frodo, ja, den einen Ring aufstreift, ne? Also er sieht ja dann zum Beispiel auch die Ringgeister in ihrer ursprünglichen Gestalt und sowas, ne? Sie erzählt dann auch, dass sie halt irgendwie dachte, dass die Schmiede brennt und das war dann aber doch nicht so und hat dann eine riesige Gestalt gesehen mit, mit flammender Haut, die auf sie zukam und ihr direkt in die Augen sah. Dann hatte sie vor allem auch das Gefühl, dass, also das, dass diese Gestalt schon immer da war und schon immer unter ihnen weilte. Also beim ersten Mal dachte ich, sie hat eventuell Saurons wahre Gestalt gesehen, aber was sie hier beschreibt, klingt eigentlich eher nach dem Balrog, oder? Ne, also ich persönlich dachte, dass es schon auf Sauron gemünzt war, weil es ja dieses, dieses flammende Auge, ja, flammende Haut, ja, flammende Haut, sie hat ihn ja brennen gesehen, so rum, ne? Ich glaube schon, also ich denke, dass es auf Sauron bezogen ist, weil, ja, okay, gut, der Balrog ist ja jetzt auch nicht erst seit gestern anwesend, aber ich glaube, dass mit dem, mit dem Bezug auf die Gestalt, die schon immer da war, meint es sie auf jeden Fall vorher Halbrand und jetzt halt Anathar. Und, also ich habe es darauf bezogen, jetzt nicht auf den Balrog. Ja, ich denke, man kann es auf beides irgendwie beziehen, es ist ja auch irgendwie ein bisschen kryptisch gehalten an der Stelle, ne? Also Anathar lässt sich da, jedenfalls nichts anmerken, beruhigt sie dann einfach nur so und, und, äh, Kelle Brimboer will dann direkt ja wissen, ja, was, was habt ihr denn großartig anderes gemacht? Und, äh, dann, dann, äh, antwortet aber mir Dania darauf und meint dann, ja, hier, Herr Kelle Brimboer, Anathar teilt ja eure Sorge über die menschliche Schwäche und deswegen haben sie einfach ein bisschen mehr Mithril genommen. als Kindersicherung für die, genau, ihr habt so lachen müssen. Und, und, und Kelle Brimboer protestiert dann erst dagegen und verliert dann aber so ein bisschen den Faden auf einmal, ne? Ja, ich denke, das ist halt auch so dieser Moment, okay, das heißt mehr Power, also ist, und das, das meine ich damit, dass er ihn auch da damit gelockt hat, um ihm zu zeigen, mehr Mithril, mehr Macht, da ist dann noch mehr Power drin. Ja, aber auch mehr Kontrolle. Eben, ja, aber das macht die natürlich dann noch ein bisschen, noch ein bisschen ralliger, weil, noch mehr Bling Bling und noch mehr alles und noch mehr, mehr Power, wie, äh, der gute Tim sagen wird, ist das natürlich, ja, das ist genau seins, das ist genau sein Ding. Ja, und Anathar setzt dann da auch noch einen Impuls, äh, er meint dann nämlich, euer Meister, würde uns immense Mühen ersparen, wenn er einmal, äh, doch, äh, meinen Rat annehmen würde, ne? Mhm. Aber Kelle Brimboer ist trotzdem immer noch so, mh, das ist, das ist eine komische Situation, tatsächlich, da hab ich mir auch, äh, äh, was er da sagt, ist so ein bisschen, bisschen merkwürdig, tatsächlich. Äh, am Ende der Folge kommt das ja dann nochmal da drauf, aber, bevor er dann, glaube ich, äh, großartig was sagen kann, also bevor Kelle Brimboer darauf überhaupt so reagieren kann, kommt ein Bote, der Besuch ankündigt, den, äh, Kelle Brimboer eigentlich erst abwimmeln will, äh, aber dann heißt es, ja, es ist Prinz Durin und es geht, es ist dringend, es geht um die Ringe. Und als dann Anathar schon, äh, das übernehmen will, meint Kelle Brimboer, nee, das mach ich selbst und gibt ihm dann das Mitril. Ja, und dann haben wir eine Szene zwischen Kelle Brimboer und, äh, Durin, also draußen sind die, glaube ich, ne, in Eregion, das ist ja so relativ Nacht, würde ich sagen, oder Abend auf jeden Fall und Durin berichtet ihm davon, was er so bei seinem Vater beobachtet. Ja, und das wird nicht sehr wohlwollend aufgenommen, also es wird jetzt nicht gleich verteufelt, aber es wird halt auch eher gesagt, ja, Moment, also an den Ringen kann nichts falsch sein. Nein. Wenn was falsch ist, dann am Schöpfer. Genau. Ja. Also das, das, das äußert, äh, Durin so, äh, häppchenweise, ne, also erst mal beschreibt er, dass, dass sein Vater wirklich anders drauf ist, dass der viel reizbarer ist und dass der vor allem, äh, jetzt von den anderen Zwergenfürsten dafür, dass er die Ringe herausrückt, dass er von denen die Hälfte ihrer Mieneinkünfte einfordert. Mhm. Also da haben wir dann jetzt das, ne, was endgültig belegt, äh, dass der König so langsam wirklich, äh, nach etwas giert oder also nach, nach dem Reichtum giert und das ist etwas, was Durin wirklich überhaupt nicht von seinem Vater normalerweise kennt. Ja, wobei ich aber auch sagen muss, also, das war ein Punkt, den hab ich ihm tatsächlich nicht so ganz abgenommen, weil ich den Vater schon sehr gierig in Erinnerung hatte. Also nicht so wie jetzt, klar. Ja, eher, eher, eher ein bisschen, ein bisschen kontrollierend, aber jetzt nicht, also überleg mal, der hatte, der hatte ja vorher jahrzehntelang, äh, irgendwie da Sachen erlassen, dass da nicht da und da und, und so und so tief gegraben werden darf und er hatte, äh, vermeiden wollen, dass da überhaupt ein Mithril gefördert wird. Also der war eigentlich schon sehr umsichtig vorher, glaube ich. Ich weiß nicht, ich hab das halt so ein bisschen anders da, weil, also das Mithril ging mir eher nur darum, er will den Elben nicht helfen und da ging's mir tatsächlich nicht drum, was jetzt daraus entstehen könnte, ums, um jetzt Khazad-Dum noch reicher zu machen. Was man sagen könnte, dass er vielleicht vorher schon so in Ansätzen sowas hatte und dass der Ring das vielleicht verstärkt, ne, das, das ist ja, das entspricht da tatsächlich auch der Lore. Man muss wissen, die Zwergenringe haben gar nicht mal so ihren Dienst getan, denn die Zwerge haben sich als zu zäh, stur und widersprichtig erwiesen, aber deren, deren Ehrgeiz und deren Gier nach Gold wurde genährt und das hat man ja auch schon im Hobbit, das hat man ja auch schon im Hobbit bei König Tror gesehen, also hier dem König unter dem einsamen Berge, ne, der wurde ja auch immer, die, die Liebe zum Gold wurde immer größer, ne, und das sieht man dann ja auch bei Thorin später. Aber Kelle Brimboer meint, dass es eigentlich nicht an den Ringen liegen kann, weil die haben genau dieselben Herstellungsprozesse verwendet wie bei den Dreien und, äh, als Thorin dann, äh, nicht locker lassen will, meint er dann, ja, äh, vielleicht liegt da der Fehler beim Schöpfer, weil, jetzt mal hands down, was wisst ihr denn eigentlich über diesen Annatar, ne, der ist ihm, der ist Durin ja schon beim ersten Mal nicht wirklich Geheuer gewesen, ne? Nö, der mag den nicht. Er misstraut ihm, sagen wir es mal so. Ja, und eigentlich tun das noch sehr, sehr viel mehr in der Lore, denn, äh, Annatar ist ja eine ganze Weile bei den Elben, also der verbringt ja wirklich 300 Jahre dort und nicht nur ein paar Wochen. Aber, äh, ja, die Szene ist dann auch schon vorbei, beziehungsweise Kelle Brimboer blickt dann so hoch zum Turm und dort oben befindet sich Annatar, der dann, ja, hier Einfluss auf diese Medania ausübt. Zum einen macht er ihr Mut, aber zum anderen erzählt er ihr auch, ja, also manche, die, die, die unsichtbare Welt berührt haben, die fühlen sich danach nie wieder wirklich heimisch in der Sichtbaren. Und, äh, was ich hier eine richtig tolle Nuance fand und die mir erst beim zweiten Mal aufgefallen ist, sie fragt ihn auf Elbisch, ob er die unsichtbare Welt kennt und er antwortet ganz normal, also da kannst du drauf schließen, also entweder kann Sauron kein Elbisch oder es widerstrebt ihm, es zu benutzen, weil er es in Wahrheit hasst. Ja, letzteres, denke ich. Ja. Aber er sagt ihr ja auch, sie soll nicht jedem von, von, von ihrem Trip erzählen. Es könnte einige verwirren. Er schwärmt ihr dann auch so ein bisschen fast vor von der unsichtbaren Welt, ne, so dass man dort Dinge halt sieht, wie sie wirklich sind, ne, und er bedauert es dann auch, dass sie, dass sie etwas gesehen hat, was, was, was eigentlich keiner bemerken sollte, bis er es geheilt hat und dann merkt sie, oh, er meint wohl Kelle Brimboar, ne, wo er dann ihr, ihr sagt, ja, das Erschaffen dieser ganzen Ringe, das scheint ihn so langsam, aber sicher aufzuzehren, ne, oder, oder, der, der, der ist so ein bisschen, der ist, der ist so ein bisschen fettig gerade. Ne, aber das ist genau das, was ich gemeint habe. Er versucht sie, weil sie ja auch immer so ein bisschen misstrauisch war, Mhm. damit auch noch auf, auf seine Seite zu ziehen, um sie halt für seine Zwecke auch noch zu manipulieren. Ja, ja, natürlich, natürlich, man merkt das, der setzt sie ein, um wiederum Einfluss auf Kelle Brimboar auszuüben. Genau. Was er ja vorher nicht gemacht hat, also, das ist jetzt halt die, die neue Maßnahme, ne, weil Kelle Brimboar hat ja eigentlich verneint, dass sie, dass sie Menschenringe schmieden und so will er das an den Mann kriegen. Aber er ist auch noch anderweitig etwas, also er scheint schon fast ein bisschen verzückt zu sein von Medania, denn ihm fällt so auf und das bemerkte ich auch schon im zweiten Recap, glaube ich, oder sogar schon im ersten, Medania hat schon eine relative Ähnlichkeit zu Galadriel, ne? Ja. Also, ob es die blonden Haare sind oder auch natürlich dieses grüne Kleid. Ja, und er spricht sie auch drauf an und meint dann so, ja, also in dem und dem Licht seht ihr, ja, Herrin Galadriel wirklich ähnlich, ne? und, und das, wie das Licht so durch eure Haare scheint und so, ne? Streicht auch noch bewusst ein bisschen drüber, also da merkt man schon. Äh, vielleicht ist er echt noch ein bisschen geil auf Galadriel, ne? Ja, definitiv. Ja, die ist, die ist in der ersten Staffel so eine Fascho-Braut gewesen, dass selbst er geil wurde davon, ne? Hatte ich so das Gefühl. Ist, ist, ist dir diese Nuance da schon beim ersten Mal aufgefallen, dass er einfach kein Elbe spricht? Nee. Aber das, das fand ich schön. als es gesagt, das dachte ich, ja klar, es ist, es ist ihm verhasst. Ja, richtig. Kann ich verstehen, absolut, aber es ist mir jetzt, also, wenn ich es jetzt das zweite Mal sehen würde, vielleicht, aber, nee, nee, wobei, ich glaub's nicht, ich dachte eher, er antwortet ihr halt einfach so, ich hab da jetzt echt keinen tieferen, tieferen Sinn hinter, irgendwie rein interpretiert. Ja, es ist halt so eine, so eine kleine Geste, aber die sagt dann halt auch schon wieder aus. Also auch, auch sie dürfte dann halt auch merken, ja, irgendwie ist, ist es komisch, ne, weil, ich mein, also, indem sie ihn da auf Elbisch anspricht, da merkt man ja, sie nimmt, sie nimmt ihn als einen der ihren wahr, ne, also da ist eine, eine gewisse Vertrauensbasis inzwischen auch und sie scheint ja hier auch nicht argwöhnisch zu werden, aber ich könnte mir denken, also, so angenommen diese Szene hier, die würde jetzt noch weitergehen und es wäre immer so, sie, sie quatscht irgendwas auf, auf Quenya und er antwortet dann auf Englisch, ich glaub, dann wird sie auch so langsam argwöhnisch werden, könnte ich, könnte ich mir vorstellen. Ja, das könnte gut sein. Die Skepsis über die Menschenringe erreicht aber noch nicht eben die, für die sie gedacht sind, nämlich die Menschen, zu denen wir jetzt hier springen, in Numenor, ja, wo wir zum ersten Mal fast sowas wie eine Art religiösen Ritus sehen, ne? Ich war auch sehr überrascht und konnte am Anfang damit überhaupt nix anfangen, weil wir das so in dem Sinn, also wir haben hier eine, ja, eine Kapelle, eine Art, ja, ein Schrein. Schrein. Ein Schrein, genau. Ja, mit einem, wie nennt man das? Einem Aquedukt. Ja, ja, nee, es soll ja einem Aquedukt Platz machen, das, äh. Ach so, stimmt, ja. Es ist, also auf jeden Fall, wir haben das auch, glaube ich, schon in der dritten Folge gesehen, da war ja dann der König aufgebahrt und hier ist ja dann auch ein hoher Priester, der hier die für die verlorenen Seelen betet und dabei, also die, die packen so Teelichter, also so eine Art Teelichter packen die auf so Muscheln und lassen die dann zu Wasser, so, so als, ja, praktisch, als wenn man halt eine Kerze für Tote anzündet, so ein bisschen, ne? Und, äh, was hier ein sehr schönes Detail war, wobei es im Nachhinein eigentlich gar nicht so passend war, der, der hohe Priester, äh, spricht dann dann nämlich aus, ja, hier, wir beten für die verlorenen Seelen und, und helfen ihnen Frieden zu finden, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir uns dann wiedersehen, in einem fernen grünen Land unter einer rasch aufgehenden Sonne. Ja, das kannten wir wohl alle, das Zitat, oder? Jawohl. Ja, äh, wobei ich mir dann so die Frage stelle, ich weiß nicht, die glauben ja, glauben die wirklich an die unsterblichen Lande? Weil das ist ja, also ich meine, die werden ja eigentlich nie dahin heimkehren, ne? Das ist ein bisschen, das ist ja eigentlich eher die Elben so. Ja. Aber, äh, die Verbindung zu den Elben wird hier schon gezogen, denn die sprechen hier anscheinend wirklich Quenya bei dieser Veranstaltung, ne? Also elbisch wirklich. Fast wie so eine Art Gebet. Und, äh, wer auch dabei ist, sind Vanandil und Elendil, also die zünden dann hier jeweils Kerzen an. Ja, aber das Ganze wird jäh unterbrochen, äh, von Eindringlingen im Namen des Königs unter der, äh, Fuchtel von Kemen. Ja, und er findet es nicht so tolle, was da abläuft und möchte diese Zeremonie oder diese Gedenkfeier auch sofort auflösen. Mhm. Und er ist natürlich auch nicht alleine gekommen, er hat nämlich Soldaten mitgebracht. Genau, und die, äh, die hier, äh, zugegen sind, die können sich dann entscheiden, ob sie jetzt freiwillig Leine ziehen oder ob sie mit Gewalt entfernt werden, also Staatsgewalt. Und Kemen, äh, Kündigt dann an, ja, der Schrein wird auf Befehl von König Pharrason, also A-Pharrason, wie er dann ja hier mittlerweile jetzt heißt, äh, dichtgemacht. Die Leute sollen gehen und als dann der hohe Priester, äh, protestiert, weil er meint ja hier, das ist, äh, einer der ältesten Schreine überhaupt in Numenor, dieser Art, äh, ja, das ganze Ding soll abgerissen werden, um einem neuen Aquäduktplatz zu machen. Also, das war wirklich so, äh, Moment musste ich wirklich an, an Per Anhalter durch die Galaxis denken, von wegen hier, das Haus muss weg, um na, um na intergalaktischen Umgehungsstraße. Ja, stimmt. Aber so lustig ist das hier nicht. Elendil, äh, will dann auch schon gehen, während Valandil aber dann dort stehen bleibt. Und Kemen dann die Gelegenheit nutzt, Elendil zu provozieren, indem er sagt, ja, äh, wisst ihr eigentlich, wie sehr eure Tochter sich für euch schämt, also Earien, ne, mit der er ja bekanntlich, ja, ich denke mal, Tschakka-Tschakka macht, ne, wahrscheinlich. Oder er möchte es gern, je nachdem. Ja, aber die scheint ihm auf jeden Fall, also, in der vorherigen Szene hast du auch schon gesehen, die tragen sehr ähnliche Kleidung jetzt irgendwie auch. Die tragen beide so eine, so eine, so eine Scherpe oder sowas, ne? Ja, ja. Ja, gut, vielleicht ist es halt auch etwas, dass sie, dass sie dann in, in den Dienste von A-Farason jetzt etwas, etwas hervorhebt, wahrscheinlich. Und klar natürlich, um halt Elendil und den Rest der Myriel-Anhänger vielleicht auch nochmal irgendwie auf die Spitze zu treiben, ne? Weil sie provozieren ja ohne Ende, das machen sie ja schon länger. Ja. Und hier kommt es dann tatsächlich auch zu einer Auseinandersetzung. Oh ja, Elendil will erst kämen sozusagen Bescheid geben, wird dann aber von Valandil zurückgehalten. Und dann geht es kurz darum, dass die Soldaten diesen alten Priester mit Gewalt rausschaffen wollen, wo dann Elendil meint, ja komm, ich eskortiere ihn raus. Und der Priester will aber unbedingt ein Relikt mitnehmen, protestiert dann weiterhin sogar in Sindarin, also hier Elbensprache, ne? Also gibt ja Quenya und Sindarin bei den Elbensprachen, ne? Und also schlägt dann Elendil vor von wegen hier, der Priester geht jetzt raus und die sollen dieses Relikt rausrücken, was dort steht und es ihn mitnehmen lassen. Ja, und kämen, fällt da nichts Besseres ein, als das in die Hand zu nehmen und auf den Boden fallen zu lassen, ne? Ja, schöner Dick-Move, ne? Ja, es war abzusehen, dass es passiert, aber jo. Ja, kämen, der testet seine Grenzen aus, aber die werden ihm auch relativ schnell aufgezeigt, denn während dieser Priester weggeschafft wird, ja, schlägt ihm Elendil mitten ins Gesicht. Der kassiert hier ordentlich zumindest von dem, also das ist wirklich schon eine Backpfeife, würde ich sagen. Der hat dann, kann sich dann eigentlich nur darüber wehren, dass er Elendil eben festnehmen lässt von den Soldaten und will ihm dann eben auch eine verpassen, wird dann aber zurückgehalten von Valandil, der hinter ihm steht. Und ihm dann sagt er hier, was sucht ihr überhaupt hier, das ist ein Schrein für Gläubige und nicht für Königsmänner, ne? Und sagt dann noch so, ja, mögen die Valer mir vergeben und haut dann kämen in die Ecke und ja, ein Kampf entbrennt zwischen beiden. Den kämen dann tatsächlich, also da hätte ich wirklich gedacht, der ist ja bestimmt ein totaler Lulatsch, aber nein, der schafft es tatsächlich, Valandil zu packen und wirklich schon ins Wasser zu drücken, als würde er den Ball schon ertränken wollen, ne? Ich glaube, er hätte es auch gemacht. Ich habe eigentlich darauf gewartet, dass es so passiert, aber Valandil kann natürlich wieder etwas die Oberhand gewinnen, kugelt ihm dann die Schulter aus oder bricht ihm sogar noch den Arm. Ja, wirklich fast. Und kämen zieht dann auch zwischendurch schon sein Schwert, ne? Während Valandil komplett unbewaffnet ist. Valandil gelingt es dann, kämen zu überwältigen, bricht ihm den Arm und hält ihm wirklich die Klinge an den Hals, bis Elendil ihn dann ermahnt, das doch besser sein zu lassen. Und der kriegt ihn dann aber auch nur damit weichgekocht, dass er ihm sagt, ja, es ist ein Befehl und der ist ja immer noch so sein Käpt'n bei der Seewacht, ne? Also der hat ja immer noch, das ist ja immer noch eine Respektperson für ihn, wie wir ja gesehen haben. Und ja, als Valandil dann von dem ablässt und auch schon das Schwert weglegt und zu Elendil eigentlich rübergehen will, durchbohrt ihn eine Klinge von hinten, also wirklich mittendurch und kämen die falsche Schlange, hat sich das Schwert genommen und ihn von hinten erstochen. Und es bringt auch nichts mehr, also Valandil stirbt in den Armen von Elendil, während Kämen sein Schwert in dem Wasser säubert, was wahrscheinlich auch noch mal eine Affront, also jetzt im religiösen Sinne, sondersgleichen ist wahrscheinlich, ne? Ja, das ist bestimmt heiliges Wasser, gesegnet oder sonst irgendwas und da hätte er auch gleich noch reinspucken und sein kleines Geschäft drin verrichten lassen können, das wäre wahrscheinlich genauso gewesen. Ja, aber ja, er hat auch schon seinen Schuldigen ausgemacht, denn während Valandil tot ist, soll das jetzt mehr oder weniger dadurch vertuscht werden, dass er behauptet, ja hier, Elendil hat mit dem Aufstand hier angefangen, nehmt ihn fest. Äh, ja, an für sich keine schlechte Szene, aber da merkt man halt wieder, Valandil ist halt eine Figur, die wir so nie so richtig kennengelernt haben, deshalb muss ich leider sagen, hat mich sein Tod doch relativ unberührt gelassen. Ja. Ja, also, äh, gebe ich dir recht, ja. Also da ist mir auch wieder aufgefallen, dass Ben McCreary da irgendwie jedes Mal, wenn, wenn, äh, eigentlich völlig unbedeutende Nebenfigur stirbt, dass er da für mich einen halben Gottesdienst auf der Tonspur veranstaltet und ich mir so denke, aha, okay, ach, wie hieß der nochmal, okay, ja. Ja, ich mein, gut, wir machen jetzt hier das Recap, aber jetzt mal ehrlich, hattest du Valandils Namen so direkt auf dem Schirm? Mh-mh, ja. Nein, nein. Und ich, und ich bezweifle, dass ein Großteil der Zuseherschaft den Namen so parat haben dürfte ohne Amazon X-Ray, ne? Was übrigens eine tolle Funktion ist. Ja. Ich muss es gerade mal erwähnen, ich mag sie wirklich. Ja, da stehen teilweise interessantere Sachen als die, die in der Serie passieren. Du merkst in dem Fall auch wirklich, das ist so eine, das ist ein Charakter, ich nenne es jetzt mal so, der nur da ist halt, um Elendil irgendwie, ähm, zu pushen in eine gewisse Richtung. Also, ich hatte tatsächlich auch mit dem Namen, ich hab halt so rumgeguckt, dachte ich, okay, und dann dachte ich, ah ja, okay, gut, ja, stimmt, das ist der. Aber präsent war er mal nett, dafür hat er einfach auch zu wenig Impact auf, äh, auf mich gehabt und, ja, es ist ein Charakter, der einfach, dessen Tod einfach dazu da ist, um den Hass auf A-Farason nochmal und auf seinen Sohnemann zu, zu konzentrieren und halt Elendil einfach in der, in eine, in eine Richtung zu stoßen, fertig. Oder sagen wir es kurz, äh, Plot Device, ne? Genau. Mehr ist das eigentlich nicht, wobei, man muss sagen, äh, von Wallandil haben wir zumindest mehr in dieser Staffel gesehen als in der ersten. Und, äh, er war ja schon mal mit Kemen da in dieser, äh, Taverne da aneinander geraten fast, ne? Also, letzten Endes, ich fand schon ganz gut inszeniert auch, äh, Kemen, äh, wie der ihn dann doch noch durchbohrt, das ist schon echt sehr abgedroschen. Äh, aber, ja, da ist halt wieder, also, Kemen ist zwar eine hassenswerte Figur, aber, äh, ja, mehr ist da halt nicht. Der ist halt eigentlich auch nur eine Plot Device, wenn du's, wenn du's so willst, ne? Der ist eigentlich nur, ne, das ist eine Figur, die bräuchte ich eigentlich gar nicht. Aber er ist trotzdem, äh, in der ganzen Staffel ist er mit eines der größten Arschlöcher, das kann man schon sagen. Ja, man, man wünscht ihm wirklich einen sehr grausamen Tod, das, das kann ich auf jeden Fall schon mal unterschreiben, also den, das Resultat hat seinen, seinen Charakter, den er da spielt, auf mich schon gehabt. Ja, es hat mich natürlich überrascht, was passiert ist, ich fand die ganze Szene, ja, schönstimmig gemacht, das ist auch schön, also es ist, man fühlt sich da wie in einem Schrein, ich hab gedacht, ach nee, da habt ihr euch wirklich wieder ein bisschen Mühe gegeben. Das Einzige, und ich weiß nicht, wie's dir da geht, ist, mir ist die Serie, das ist grad so, weil wir diesmal viele Folgen haben, die bei Nacht spielen, auch die ist verdammt dunkel geworden teilweise. Ja, zu dunkel. Ja. Also, äh, das ist mir vor allem noch mal aufgefallen, als ich die, als ich die ersten, also, ja, doch, ich, ich hab die erste Folge und die zweite noch mal auf dem 4K-Fernseher gesehen, also dann jetzt auch auf Amazon, nicht Screener. Und dann die dritte auch noch mal, äh, also hier die, die, die ganze Spinnenhöhen anfangen mit Isildo, ich habe da teilweise kaum noch was gesehen. Ja, also, ja gut, man konnte der Serie in der ersten Staffel vorwerfen, dass sie irgendwie vielleicht zu bunt ist und vielleicht haben sie jetzt alles irgendwie runtersaturiert, aber, also, mir geht's halt nicht nur um die Bilder, sondern eher so um die Stimmung, also, mach, mach doch die Stimmung mal düsterer und nicht die Bilder. Also, also, ich mag den, den, den neuen düsteren Look, also, was wir ja versprochen haben, finde ich gut, aber es ist mir auch teilweise einfach zu dunkel. Wenn ich dann überhaupt nichts mehr erkennen soll, dann, ja, wie gesagt, was du ja auch schon gesagt hast, bringt mir auch ein düsteres Erscheinungsbild nichts, wenn ich dann wirklich was sehen kann. Also, jetzt, wo du das sagst, es fällt mir wirklich auf, viele Szenen in Numenor spielen diesmal bei Nacht, ne? Auch Erregion, also, du hast ganz oft, das ist einfach dunkel und dann ist es halt wirklich auch draußen pechschwarz, das ist mir egal, wenn der Innenraum, wenn ich alles erkennen kann und alles noch schön und stimmig ausgeleuchtet ist, hat es natürlich auch seine, seine Atmosphäre und das passt auch alles, aber so, grad so der, der dunkle Wald, das war mir einfach zu dunkel. Ja, kann ich nachvollziehen. Also, ja, aber du hattest es ja gerade schon erwähnt, Erregion, denn dort landen wir wieder, wo die Schmiede gehilfen, die dort unten stehen und anscheinend grad nichts zu tun haben, eine Auseinandersetzung zwischen Annatar und Celebrimbor mitbekommen, ja, die sich eben darum dreht, dass irgendetwas anscheinend falsch gelaufen ist mit den Zwergenringen. Das will sich Annatar aber dann überhaupt nicht annehmen und meint dann eher, ja, wahrscheinlich missbraucht der König den oder benutzt den einfach falsch, also sucht jetzt irgendwie die Schuld bei anderen. Was aber Celebrimbor eher nicht so überzeugt. Nee, er hat, er hat schon so ein, ja, es schleicht sich immer mehr, immer mehr Misstrauen, Misstrauen ein. Jetzt nicht ganz komplett gegen Annatar, aber der hinterfragt immer mehr Dinge, die er am Anfang einfach als gegeben hingenommen hätte. Und er sagt, ja gut, der Fehler liegt ganz klar nicht bei uns, sondern bei euch. Ja, und dann Annatar meint dann aber, und das fand ich wirklich goldig, der sagt dann zu ihm, ja, geht doch mal, geht doch mal sicher, also von wegen mit den Ringen ist alles in Ordnung, aber geht doch mal sicher, dass ihr als derjenige, der die Ringe erschafft, dass ihr nicht wiederum manipuliert werdet. Das fand ich irgendwie, das war fast schon ein Meta-Kommentar. Aber Celebrimbor ist, man merkt, so langsam ist der nicht mehr ganz so empfänglich für den. Also auch das mit Medan, ja, das hat irgendwas verändert, so ein klein wenig hat man das Gefühl. Ja, es bekommt alles so einen bitteren Beigeschmack langsam, ja, das, das stimmt. Ja, und, und er merkt auch, dass, also halt dieses, dieses Drängen von Annatar, das irritiert ihn so langsam, weil er hat halt das Gefühl, ja, kommt, ihr macht doch jetzt hier Panik wegen irgendwas, was, was gar nicht da ist. Sauron, also Annatar kontert das dann mit, ja, also ihr könnt sie auch gerne ignorieren, bis die Klinge förmlich an eurem Hals sitzt, ne? Ja, ich glaube, das ist dann auch der finale Anstoß dafür, dass Celebrimbor, Annatar sagt ja, hier, jetzt mal Butter bei die Fische, habt ihr irgendwas verändert an den Ringen? Was dann Annatar natürlich verneint und dann, dann wendet sich Celebrimbor erst ab, bis dann aus Annatars Mund kommt, wir haben das zusammengetan. Hm. Und, äh, auch wenn Celebrimbor erst, äh, ich, ich, ich weiß gar nicht, wie, wie war's bei dir, hast du, hast du da verstanden, was er meinte? Dass sie die Ringe zusammen erschaffen haben? Nein, nein, sondern das, was sie, was sie verändert haben gegenüber den, den Elbenringen, also, oder, ja, ja, doch, genau, gegenüber den Elbenringen. Was genau? Nein, ich hab's eher so verstanden, dass sie halt, ja, sie haben die Ringe gemeinsam erarbeitet und gemeinsam geprägt und geformt und dass er sich jetzt nicht so einfach aus der Affäre ziehen kann, indem er auf Annatar zeigt und sagt, äh, Spetsch, du bist der Depp. Ja, es ist, es ist aber anders. Also, ich, ich muss sagen, ich hab die Szene, ich hab die erst nicht verstanden, da ist der Dialog auch echt ein bisschen kryptisch, finde ich. Annatar meint dann ja, ihr, äh, habt Betrug in die ganze Sache mit hineingebracht. Celebrimbor versteht das dann auch erst nicht so wirklich und merkt dann, aha, ihr meint jetzt hier den Brief und ja, ja, er hat gelogen. Und ja, natürlich, die drei Elbenringe, die entstanden mit, mit Einwilligung des Königs, aber die hier haben wir jetzt mehr oder weniger im Geheimen geschmiedet und das scheint, ja, ein ungutes Omen zu sein oder auf jeden Fall irgendwie einen Schatten auf die Arbeit zu werfen. Also, das mit dem Brief, dass er ihn da damit dann erpresst, das ja, ich dachte, du hast jetzt gemeint, ob sie irgendeine geheime Extrazutat bei den Zwergen mit reingenischt haben. Dachte ich auch erst, das ist ja eigentlich auch der Fall, wahrscheinlich, ne? Also, Annatar hat auf jeden Fall das Mithril verdorben, da wird auch wieder aufgegriffen. Äh, Tolkien hat ja mal sowohl über Sauron als auch über Morgoth gesagt, äh, dass das welche sind, die nichts erschaffen können. Die, 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 die können nichts Neues hervorbringen, die können nur Vorhandenes zerstören oder verderben, ne? Genau, ja. Und das hat er ja eigentlich getan mit dem Mithril. Also, er lässt sich eigentlich dann nicht so anmerken, beziehungsweise meint, ja, hier, ihr solltet jetzt lieber nach Lindon abreisen und, und das gestehen, ansonsten könnte es ja noch viel schlimmer werden. Und Celebrimbor winkt das dann aber komplett ab, weil er meint, äh, ja, also, wenn ich, wenn ich das tue, dann lässt mich der hohe König doch nie wieder irgendwas schmieden. Und, ja, jetzt sieht er zwei Optionen, entweder, äh, äh, geht er dorthin und kassiert die Schelte oder aber sie führen ihr Werk fort. Wo ich mir dann aber auch so dachte, also, da, da war ich so am Überlegen, ist Celebrimbor jetzt hier wirklich so sehr unter Zugzwang, wie die Serie einem das verkaufen will? Also, na, die Möglichkeiten sind relativ begrenzt, also, selbst wenn, angenommen, Annatar, jetzt, äh, Gil-Galaz, jetzt, was weiß ich, eine Taube oder, was weiß ich, was ein Palantir oder irgendwas schickt und sagt, hier, hör mal zu, ne, was da hier läuft. Einen Raben gibt's hier nicht. Einen Raben gibt's hier nicht. Einen Raben gibt's hier nicht. Die hab ich auch gerade eben gedacht, scheiße. Ja, ähm, aber... Ist ja alles primitiver. Aber das ist ja, da würde er sich ans eigene Fleisch schneiden, ja, die würden das Ding dicht machen, sofort, genauso wie, wenn, äh, Celebrimbor hingehen wird und würde sagen, hey, pass mal auf, übrigens, hm, ich hab da ein bisschen mehr gemacht, dann macht er den Laden auch zu, ja, und zieht ihn wahrscheinlich so dermaßen die Ohren lang, dass er am Boden schleifen. Dass er noch spitzer wird. Ja, dass er noch spitzer wird, aber, ja, es gibt eigentlich nur, wirklich nur den einen, den einen Weg, jetzt eben dann halt, wirklich so vor Augen zu führen, du erschaffst danach überhaupt nichts mehr und darauf ist er ja auch, ist er ja auch wirklich ganz, also scharf ohne Ende, das war ja schon in der ersten Staffel und auf seine, auf seine Schmiedekunst und alles, ja, natürlich, es, es, es ist relativ einfach gemacht, aber, ja, gut, es bleibt eigentlich nur ein Weg. Ja, also für mich wirkte das so ein bisschen herbeigeschrieben, also klar, er kann das, er, er muss ja nicht zum Hohen König gehen, aber das bedeutet ja nicht automatisch, dass er dann jetzt die Neun schmiedet, äh, auch wieder unter diesem Schleier des Betrugs. Also das, das wirkte auf mich nicht so nachvollziehbar und das ist, ach Mensch, das ist schade, warum ist das hier dann wieder so, so irgendwie merkwürdig geschrieben, leider, das, das ist schade, weil an sich funktionieren die Szenen mit, äh, Anatar und Celebrimbor. Was man ja vor allem auch noch mit einbeziehen muss, äh, der hohe König Gil-Galat hat überhaupt keine Ahnung, dass Anatar überhaupt dort ist und daran mithilft und wenn er den einmal sehen würde, wüsste er sofort, dass, ich meine ganz ehrlich, den erkennt doch mit einem Blinder, mit einem Krückstock erkennt den doch. Ja, kann ich, verstehe ich, absolut. Ich, ich hab's mir nur damit irgendwie erklärt, dass halt Celebrimbor da wirklich auf dieses Schmieden und so dermaßen heiß drauf ist und seine Leidenschaft, seine Obsession, sonst was ist, dass er sich denkt, okay, gut, eigentlich hab ich überhaupt keine Wahl. Ja, ja, das, ja. Damit hab ich's mir so weit irgendwie hergeleitet, also, ja, ich versteh schon, dass du sagst, irgendwie, ah ja, komm, da hätt ich schon gerne ein paar mehr Wege gehabt, wo man vielleicht, aber sind wir ehrlich, hätte das, äh, Celebrimbor irgendjemandem außerhalb seiner Schmiede, jetzt außerhalb der Region irgendwo erzählt, das wär natürlich weitergegangen. Ja, was ich, was ich halt nur so merkwürdig finde, dass Celebrimbor auf der einen Seite, also, das, das passt halt nicht zusammen, zum, zum einen ist er erst immer argwöhnischer und, und lässt sich dann auch keine, keine Butter mehr vom Brot nehmen und dann ist er plötzlich doch wieder leichtgläubig. Also, das ist so, da merkst du auch die schwankende Qualität des Drehbuchs einfach, finde ich. Und das ist schade. Diese Ambivalenz von, von Wissen und Geilheit, finde ich schon ganz gut. Ich find's gut, dass er sich zwischendrin einfach hinterfragt, ey, läuft es jetzt grad so, wie's eigentlich laufen soll, oder wär ich hier grad am laufenden Band nur verarscht und missbraucht? Gefällt mir besser, als wenn er sich schon, schon direkt komplett drauf eingelassen hätte. Er hat trotzdem noch seine, seine Gewissensbisse. Ja, aber die Argwohn ist halt irgendwie, also, ich meine, äh, vor allem, er hat doch, er hat doch am Anfang der Folge sogar noch gesagt, ja, hier, Anata, ihr pflanzt mir praktisch Gedanken in den Kopf und, und verkauft sie mir dann so, als wären's meine eigenen. Und das ist ja letzten Endes genau das hier. Ja, ja, natürlich. Na, also, dass, dass er auf der einen Seite so, so bewusst darüber ist, dass er manipuliert wird und dass er sich dann wiederum so leicht manipulieren lässt, das, das passt für mich nicht zusammen. Ja, wobei, diese Erpresseraktion mit dem Brief finde ich jetzt nicht so leicht, weil, im Grunde genommen, was, was wird der, der Elbenkönig tun? Er wird ihm alles wegnehmen. Alles, wofür er wahrscheinlich lebt, als was, was heißt wahrscheinlich, wofür er lebt und arbeitet, die reißen dem seine Schmiede nieder und sagen, du machst nie wieder irgendwas, hier, bastel kleine, äh, rollende Holzpferdchen für Zwergenkinder. Ja, ja. Das ist jetzt aber auch nicht grad sein Anspruch, den er hat. Also, da kann ich's schon verstehen. Es wär halt toll gewesen, man hätte vielleicht noch so ein, zwei andere Wege ein bisschen offen gelassen, anstatt ihn jetzt halt direkt in Einbahnstraße zu stellen, wo es jetzt eigentlich wirklich nur den einen Weg rausgibt, ja, zu sagen, scheiß drauf, komm, wir machen den Rest auch noch. Mein Problem ist halt, wenn der fällt halt vom einen Extrem ins andere, ne, von wegen, nee, nee, ich will auf keinen Fall die, die, die Neuen schmieden und, oh, das ist jetzt meine einzige Möglichkeit, hier noch irgendwas zu reißen. Und wie gesagt, äh, er könnte ja auch einfach sagen, nee, wir erzählen dem König nichts davon, aber wir lassen das jetzt hier erstmal bleiben und, und gucken jetzt erstmal, ne. Also, das, das ist, ach, das ist schade einfach, weil Annatar eigentlich durchaus in der Folge auch, äh, raffiniert agiert, ne. Also, auch hier, also ich weiß nicht, dass er hier Medanian nicht zum Beispiel nochmal instrumentalisiert hat oder so. Das, das hätte mir vielleicht, glaube ich, besser gefallen. Äh, aber anyway, äh, wir beißen uns jetzt hier, glaube ich, auch ein bisschen fest, äh, denn wir haben noch ein bisschen was von der Folge. Wir begeben uns nämlich wieder nach Moria, wo, äh, Durin, also, ja, also mittlerweile hinterfrage ich gar nicht mehr die Reisewege und, ja, zwischen den Elben und Zwergen Eregion und, und Moria, die liegen jetzt wirklich nicht weit auseinander. Und, ja, jedenfalls ist Durin hier beim König, also seinem Vater und ist sich jetzt endgültig sicher, diesen Ringen wohnt etwas Böses, ja, geradezu teuflisches inne und deshalb dürfen, äh, sollten sie die besser nicht mehr verwenden. Sein Vater will davon aber nichts mehr so, also, es ist nicht so, dass er davon nichts hören will, aber er wiegelt seinen Sohn eher so ein bisschen ab, ne, und meint halt, ja, hier, Zeit und Druck, die, die können einen Zwerg formen. Und während ich dachte, dass, dass du irgendwie geformt würdest durch, in unserer Entfremdungsphase, also, von wegen, du kommst wieder zu Besinnung, hab ich mich eher verändert, ne, also, sagt sein Vater zu ihm und kommt dann an mit, ja, hier, eigentlich bin ich stolz auf dich, du hast unser Königreich gerettet und jetzt braucht er ihn sogar mehr denn je. Also, äh, da fand ich auch sehr schön, Durin ist da echt im Zwiespalt, weil zum einen hat er hier endlich das bekommen von seinem Vater, was er hatte, nämlich Anerkennung und, äh, dass er jetzt auch hier die, die Brustplatte wieder kriegt, aber zum anderen merkt er auch, äh, das ist so langsam nicht mehr mein Vater, ne? Ja, ich fand's auch, ich fand's schön gemacht, weil du wirklich halt weißt, König Durin macht es unbewusst, indem er ihn, also, er tut ihm bewusst wieder sein Vertrauen aussprechen und sagen, wie stolz er auf ihn ist und er hat endlich was geschafft und er kriegt die Aufmerksamkeit und auch vielleicht so ein Quänschen Liebe, was er sich immer gewünscht hat. Mhm. Und dass ihm der Vater vor allen Dingen halt auch wirklich mal ein bisschen zuhört, aber was halt König Durin macht, ist, er besänftigt ihn mit genau diesen Gaben, die er sich immer gewünscht hat. Ja. Einfach, dass er mit seiner Kritik auch hinterm Berg hält. Ja, ja, natürlich. Also, mit der Kritik am Ring und einfach auch vielleicht seiner Frau ein bisschen, ein bisschen Sanftmut und, äh. Er wiegelt, er wiegelt das ab. Genau, er wiegelt's ab und sagt einfach, ja, guck, wenn, wenn dieser jetzt wieder anfängt wegen dem Ring oder irgendwas stimmt nicht, kann man auch sagen, ich bin jetzt wieder Prinz Durin und alles wird gut. Und er kommt ja dann auch zu seiner Frau, was ich tatsächlich von der Regie echt schön fand, dass wir da eine Kamerafahrt hatten in Dishas Gemach hinein. Also, dass da nicht einfach nur so ein, so ein, so ein stumpfer Schnitt war von wegen, oh, Durin ist jetzt wieder bei ihr, sondern dass da auch mal, also das, da gehen sie jetzt endlich mal in die richtige Richtung, dass wir endlich mal wirklich mal, ach Mensch, wir müssen vielmehr mal ein Gefühl kriegen, wie riesig Casa Doom eigentlich ist einfach, ne? Ja, das ist ja, das ist ja nicht nur einfach in eine Mine, das ist eine wirklich, das ist ein Zwergenreich, was wir da gesehen haben in, in, äh, Herr der Ringe, die Gefährten damals, das war ja wirklich, das war ja nur die Ruine davon. Ja, also, das, das fehlt mir immer noch so, diese wirklichen, also, klar, in der ersten Staffel hatten wir das, als wir da zum ersten Mal reinkommen, das war halt wirklich so, also, da hatten wir, glaube ich, auch damals eine Kategorie eröffnet im Podcast, ein wahrer Augenöffner, frei nach Samboy Scamptschi. Aber das haben wir nicht mehr so richtig und hier geht es jetzt so ein bisschen zumindest in die Richtung, dass du halt das, ne, dass das Gefühl hast, dass das wirklich ein großes Ganzes ist. Auf jeden Fall wartet hier, äh, dieser auf Durin und der kommt dann, äh, auch, äh, an, also in, in, äh, deren Gemach und, äh, sie will dann wissen, wie es gelaufen ist und, äh, ja, da merkst du auch so seinen Zwiespalt. Er hat zwar diese Brustplatte wieder, sprich, er ist jetzt auch wieder als Erbe eingesetzt, ne, von, von, äh, seinem Vater, aber man merkt, so viel bedeutet ihm das eigentlich gar nicht mehr, denn er merkt so, ja, also, ich hab's versucht und, ja, irgendwie komm ich nicht mehr an ihn ran, ne? Ja, das, das sieht man wirklich, das sieht man wirklich an, ich finde es auch wieder toll gespielt. Ja, klasse. Die, ja, er nennt nur die Verzweiflung, ja, auch Verzweiflung, wo er sagt, ey, ich komm nicht mehr durch. Mhm. Da ist eine Mauer vorne dran, die der Ring aufgebaut hat, wo ich einfach nicht mehr an meinen Vater dran kann. Also, die Beziehung war ja immer sehr kritisch. Ja. Gesehen, also, die haben ja kaum, kaum so normale Worte miteinander gewechselt, aber da macht er einfach klar, okay, gut, ich hab zwar viel bekommen, aber was ich dadurch verloren hab, ist noch immens größer und das, das wird noch richtig bitter werden. Mhm, ja, und das spürt Disa auch und macht dann, äh, Durin direkt eine klare Ansage, der soll ihr schwören, niemals einen dieser Ringe anzustecken, ne? Und, äh, das fällt ihm dann auch gar nicht schwer. Ich, ich muss sagen, also, auch wenn die so, äh, ja, also, wo man dann halt wirklich merkt, dass die wirklich verheiratetes Paar sind, das sind schon schöne Szenen. Da, äh, da ist auch wirklich das Schöne, also, in, in dem Moment kommt auch sehr viel Menschlichkeit rüber, obwohl sie ja eigentlich keine Menschen sind, ne? Also, ich mein, das sind, äh, ich mein, Zwerge, das sind ja eigentlich die ultimativen Fantasy, äh, Kreaturen, obwohl ja gar nicht mal so sehr viel, sie sind ja eigentlich nur kleiner, äh, als, als Menschen. Aber, dass du hier diese Emotionalität wirklich kaufst, ne, von Fantasie gestalten, das ist schon, ist schon eine Menge wert und, äh, das liegt ja auch ganz klar an, an, äh, den Schauspielern. Das ist dann aber auch nur eine relativ kurze Szene, denn wir kommen noch mal wieder zurück zu Kelle Brimboer, der jetzt auch, äh, seiner, äh, Schmiedemannschaft dort eine klare Ansage macht. Also, der hält wirklich eine kleine Rede vor denen und meint, ja, wir haben versagt, das, äh, trifft dann auch durchaus auf ein bisschen Widerstand und ausgerechnet von mir dann ja, ne? Die meint, dass wir hier, nee, wir haben, die, die Designs haben wir on detail durchgeführt, also, da, da kann nichts gewesen sein. Und Kelle Brimboer will davon aber nicht wirklich was hören. Also, da, da merkst du auch schon, dass der wirklich ein, äh, auch ein strenger Lehrmeister ist durchaus, ne? Weil der meint ja wirklich, ja, habt ihr wirklich mit jedem einzelnen Hammerschlag Perfektion erschaffen? Oder, oder habt ihr euch dann irgendwie doch verleiten lassen und, äh, ist eure Aufmerksamkeit beeinträchtigt worden? Ist der Schlutrian eingezogen? Genau, genau. Seid ihr alle schlampig und faul geworden? Also, er meint jetzt, sie müssen jetzt eigentlich alle für ihre Fehler büßen, indem sie ihr Werk vollenden. Und vor allem müssen die Neuen Ringe mehr sein als etwas, was einfach nur den Menschen hilft, sondern die müssen Gleichgewicht schaffen. Also, sprich, die Neuen, die sollen jetzt, äh, sowohl die, die, äh, die Stärke der Drei Elbenringe ergänzen, als auch das, ja, Versagen an den Sieben abmildern. Er legt ihn dann auf, sie sollen hier Tag und Nacht arbeiten, äh, also sich, sich auf viel Neues einlassen und wer nicht bereit ist, dafür alles zu tun, der wird seine Stellung verlieren und hier nie wieder irgendwas, äh, schmieden. Ja, unter dem möchte ich auch nicht arbeiten. Ja, der hat's auch, ja gut, der hat eh so ein bisschen seine Tage, hab ich das Gefühl, ne, aber, also, er macht ihnen diese Ansage und die sollen dann auch sofort beginnen, ne. Und, äh, ja, man merkt da, in Celebrimborgs Mannschaft, da regt sich so langsam auch wirklich Unmut, ne. Also, diese Medania, die, man hört die dann da irgendwie tuscheln, die merkt dann so von wegen, ja, was, was, was ist denn bloß in den Gefahren? Und, äh, ja, wer sich dann ausgerechnet einschaltet, ist Anata. Äh, der meint, ja, das, das mag jetzt irgendwie unvernünftig wirken, aber lasst, lasst euch davon nicht entmutigen. Er, äh, er fordert ja nur so viel von euch ein, weil er halt weiß, wie viel davon abhängt, dass ihr erfolgreich arbeitet. Und er weiß ja eh, dass sie ihn und auch Celebrimbor auf keinen Fall enttäuschen werden. Und während die ans Werk gehen, äh, setzt sich Celebrimbor oben hin und wirkt doch ziemlich erschöpft. Ja, ich glaub halt auch, dass diese ganze Schmiederei, wie's ja halt immer so ist, ne, auch an seiner, was er Anata auch schon gesagt hat und ich glaub ihm da auch, natürlich an ihn zehrt, ja. Also, das ist was, was ihn halt auch aussaugt. Und da fand ich es ganz interessant, dass Anata eigentlich so die Mannschaft in Schuss hält, ne. Der sagt, Leute, sind wir ehrlich, ne, ihr leistet mega Arbeit. Wir vollenden die Ringe der Macht, ne. Wir vollenden das, zu was er vielleicht nicht mehr ganz so fähig ist. Und da ist halt auch wieder so der, der Moment, wo ich dachte, ey, das ist eigentlich auch wirklich clever gemacht. Weil, wenn du die Mannschaft eher so noch weiter auf deine Seite ziehst, dann, ähm, ich mein, sie haben ja schon genug ausprobiert, ne, von der Kindersicherung und sonst was abgesehen. Ja. Dass er die einfach auch noch mehr beeinflussen kann und sagen, ja, wir machen das jetzt so. Also, ihr macht das jetzt so, nicht ich, sondern ihr macht das jetzt so und so. Ah, was haltet denn ihr da davon und was haltet? Und einfach auch ihm, also Celebrimba so ein bisschen das, das, das Steuer auch wegnimmt, nicht nur ihm die Gedanken in den Kopf zu pflanzen, sondern auch seine eigene Schmiedemannschaft zu haben und zu sagen, hey, passt auf, wir machen das jetzt nochmal ein bisschen anders da, ähm, der segnet es schon ab. Ja, es ist, es ist stufenweise, ne. Erst, erst versucht der Celebrimba zu bearbeiten, dann gewinnt er Medania für sich und die sät dann auch noch, ohne es zu merken oder, oder wirklich zu wollen, Zweifel unter den anderen. Und, und mittlerweile ist ja jetzt so, also vor allem ist ja jetzt die Ironie, dass, äh, Anata ja eigentlich ihr eingeschärft hatte, das für sich zu behalten, dass Celebrimba eventuell so ein bisschen nicht mehr ganz rund laufen könnte und, äh, jetzt, ja, hm, verhandelt er das mehr oder weniger offen, ne? Ja, und dann wird ja auch noch gezeigt, dass es durchaus mittlerweile höchste Eisenbahn wird, denn, äh, das fand ich sehr schön inszeniert, Celebrimba sehen wir dort sitzen, der wirkt sehr erschöpft tatsächlich. Und, äh, die Kamera fährt dann so langsam raus in die Nacht und, ja, da hören wir dann so langsam Orks, die kommen nämlich, äh, Stück für Stück heranmarschiert, ja, und sind jetzt kurz vor Eregion. Tja, die finde ich auch sehr cool, die haben sie auch toll wieder inszeniert, du hast verschiedene Orks, es sieht echt auch wieder eher plastisch aus, anstatt, äh, CGI geschwängert. Ja, ja, obwohl ich gern den Troll nochmal, äh, also den siehst du, Damrod, den, oder hast du den da gesehen, ich weiß es nicht, ich meine nicht, ne? Nee, den hab ich da nett gesehen, aber als ich, als ich, der heißt Damrod, dachte ich, okay, ich kenn nur Ramrod und der ist von The Saber Riders und das ist ein Riesenroboter. Aber, okay, dann bist du halt Damrod. Nee, fand ich cool, hat mir auch gefallen, finde ich auch schön, dass sie jetzt Ork, also, dass sie jetzt Trolle dabei haben. Mhm. Ich mochte seine, 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 äh, seine Kette aus Totenköpfen. Muss ich mir auch mal zulegen. Nur leider machen sie, also, ich meine, für das die Promo den groß aufgeblasen hat, also so viel, so viel Damrod. Ja, gut, natürlich, wir kriegen was zu sehen, äh, in der Schlacht dann auch später, aber, ja, warten wir es ab. Also, Damrod hab ich hier jedenfalls nicht gesehen, aber, äh, ja, da werden wir dann noch erleben, was, was da auf uns zukommt. Äh, ja, und ich muss sagen, und das ist eine Kinderkrankheit, die sich für mich durch die ganze Staffel bislang zieht. Hattest du nicht auch das Gefühl, hier hätte man Cut to Black machen und den Abspann einleiten können? Ja, definitiv. Hattest du das Gefühl auch schon bei den anderen Folgen? Also, ich wirklich, glaub ich, bei allen bis auf die erste. Also, bei allen Folgen hab ich den Eindruck, die sind zu lang und da kommt noch was und da kommt noch was und da kommt noch was. Also, da stimmt das Pacing für mich leider nicht. Nee, also, hier fand ich, also, hier wär's wirklich der perfekte Abschluss gewesen. Ja. Wo ich gedacht hab, okay, man kann die Orks zeigen, ist in Ordnung, dann bringt noch ein bisschen Gebrülle oder ihr hättet sie nicht mal zeigen müssen, sondern einfach nur Schwarzbild und Ork-Kreische. Ja. Wär für mich auch perfekt gewesen. Ja. Aber jetzt dann halt noch so ein paar, also, noch wirklich so ein paar Minuten noch rauszuquetschen. Ja, und vor allem auch noch ganze drei Szenen, ne? Ja. Also, bei anderen Folgen kann man ja gerne reinhören in Recaps mit Lasse, da hatten wir mal so irgendwie, ja, jetzt ist es eine Szene zu lang oder zwei, aber hier ist wirklich, es kommt eine Szene und es kommt noch eine Szene und es kommt noch eine Szene. Mhm. Und zwar folgendes, äh, nämlich, äh, ja, wir landen nochmal in Lindon, ganz kurz, wo Elrond jetzt eingetroffen ist und, äh, Gil-Galat, äh, informiert, dass die Orks nicht mehr in Mordor sind, sondern dass deren Legionen anscheinend auf Eregion marschieren. Was wir ja in der vierten Folge gesehen haben, wo ich dann aber auch so mal so länger drüber nachgedacht habe, die, die Elben, die kamen ja oben von Lindon, um, um dann irgendwie nach Eregion zu kommen und zwischendurch habe ich mir so die Frage gestellt, wie sollen die Orks eigentlich an denen vorbeigekommen sein? Nein, also das ist irgendwie merkwürdig, weil Eregion liegt ja unweit Moria, ne, und Moria ist ja so relativ in der Mitte von, von Mittelerde, aber wir haben hier diesmal auch Mitte von Mittelerde, haha, aber wir haben ja hier auch keine, keine Karte oder so. Äh, generell, wir hatten, glaube ich, keine einzige Kartenszene in dieser Folge, ne? Nee. Also, weil die nehmen sie schon wirklich so ein bisschen als, als, ja, Worldbuilding-Krücke her, sag ich jetzt mal ganz böse. Äh, jedenfalls, ja, Elrond hält fest, äh, Galadriel hatte recht. Und sie müssen jetzt schnellstens die Armee entsenden, also die Armee und nicht die Armada, äh, weil sie ja nach Eregion wollen und, äh, ja, Gil-Galad wiegelt das dann aber eigentlich relativ ab und meint, ja, es, es ist nicht möglich und so langsam habe ich das Gefühl, dass Sauron alles orchestriert, was hier eigentlich gerade passiert. Äh, wahrscheinlich auch durch irgendeine Eingebung wieder, ne? Also, der ist, der ist auch ein bisschen, äh, verhaltener geworden irgendwie, habe ich das Gefühl, ne? Wahrscheinlich, weil er im Innersten weiß, was kommt. Es geht dem Abgrund entgegen. Und, äh, der Abgrund wäre dann vor allem für Eregion, äh, was ja wirklich, also sagt ja Elrond hier, Eregion darf nicht fallen, das ist das Juwel des Elbentums, ne? Das ist ja bekanntermaßen zumindest in der Serie, die Stadt der Elbenschmiede. In der, äh, Lore ist das ja die, die, äh, Galadriel und ihr Ehemann Celeborn eigentlich selber gegründet haben. Also, das Misstrauen gegenüber Annatar sorgt dann nämlich dafür, dass Galadriel aus ihrer eigenen Stadt vertrieben wird und dann Lothlorien gründet. Aber, tja, Celeborn wurde ja einmal erwähnt und ist hier immer noch nicht, äh, zu sehen. Was auch immer dazu, aber Gil-Galad meint dann, ja, wir haben nicht die Möglichkeit, uns sowohl Ada als auch Sauron zu stellen. Und vor allem nicht alleine. Wen sie sich dann hier stellen, ja, die kriegen wir dann auch nochmal zu sehen. Wir kriegen dann nochmal Orks zu sehen. Allerdings, also, die haben dann auch wieder, das kennen wir schon als erste Staffel, so diese Kampfruf-Numpad, ne? Haben die ja immer drauf. So, so heißt ja auch, glaub ich, ein Stück von Bear McCreary. Und die sind hier aber dann eher, also die, die bewegen sich hier zwar schon Richtung Eregion, aber sie sind hier im Orklager. Und haben jemand gefangen anscheinend in einem Käfig, den sie heranrollen. Sie schlagen die Plane zurück und es ist natürlich Galadriel, die ja bekanntermaßen am Ende der vierten Folge auf Ada gestoßen ist, ne? Die Orks holen sie dann raus, also eher so, so spöttisch, ne? Die ist ja, also Galadriel ist ja wirklich umringt von Orks. Und, äh, die wollen ihr dann erst so ein bisschen die Hölle heiß machen. Äh, also hier dieser Glüg, äh, einer, einer der Orks, der bedroht sie und dem wird dann aber Einhalt geboten von einem schwarzen Handschuh, der einmal mehr Ada gehört. Und, äh, dann ist da kurz Ruhe, bis sich dann Galadriel Ada schnappt und den halt hält fast schon wie so eine Geisel, ne? Ja, gut, sie hat ja so eine, so eine Pfeilspitze, Pfeilspitze war das, ne? Hä? Also irgendeinen spitzen Gegenstand in der Hand, wo sie ihm an den Hals hängt und, also ihn an den Hals hält und dann ihn natürlich auch noch mit bedroht. Also nimmt sie ihn natürlich klar als Geisel, aber ihr, selbst ihr ist es diesmal klar, da kommst du so einfach nett raus. Ja, vor allem will ja Ada, äh, meint dann ja wirklich ganz, ganz ruhig und pragmatisch zu ihr, während sie ihm das Messer an die Kehle hält. Ja, ihr, ihr, ihr seid, ihr seid keine Gefangene, sondern ich sehe in euch eigentlich mehr eine, eine mögliche Verbündete, weil wir haben ja eigentlich einen gemeinsamen Feind, ne? Und, äh, ja, den kriegen wir dann auch nochmal zu sehen in einer weiteren Szene, die ganz kurz in Eregion ist und dann zeigt, äh, wie die Ringe entstehen. Äh, also die Neuen dann jetzt unter, äh, Anathars Anleitung, also sprich, wir kriegen nochmal Sauron zu sehen, damit auch jeder versteht, wer der gemeinsame Feind ist. Und dann ist die Folge vorbei. Ja. Genau. Ja, also, man merkt es jetzt auch, glaube ich, wie ich es kommentiere, äh, das hätten sie alles in die nächste Folge schieben sollen, ne? Ja, also die Sache mit, mit Ada auf jeden Fall, weil ich mag, ich finde ihn immer noch sehr interessant und leider fällt er mir trotzdem auch noch, auch wenn er wieder tatsächlich mehr Screamtime, als in der vorher, also, ne, 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 Quatsch. Der hat in der vorherigen Staffel ja auch, war er auch schon präsenter, aber von dem, also, da wünsche ich mir auch definitiv mehr, weil das ne, finde ich, ne ziemlich geile Entwicklung ist und gerade so diese möglichen Koalitionen, die er ab, also, was heißt die er abwägt, er macht ja eindeutig klar, ne, wir müssen ihn bekämpfen, wir zwei zusammen, das wäre ganz gut, weil er es das erste Mal nicht geschafft hat, ihn. Komplett von der Platte zu putzen, könnte super interessant werden, ich hoffe, sie machen mehr draus, aber ja, wie gesagt, also, ich finde, das hätte man, wie du schon gesagt hast, auch in die nächste Folge mit reinnehmen können. Ja, definitiv. Also, vor allem, äh, äh, ich hatte, ich hatte das ja, ich glaube, dann, da können wir jetzt ja wunderbar den, den Bogenschein zum Anfang dieses Podcasts, äh, ich hatte, glaube ich, gesagt, dass das eine Folge ohne Galadrill ist und das stimmt ja eigentlich doch nicht. Und, äh, irgendwie hätte ich diese Folge gerne Galadrill-frei gehabt. Ah ja, gut, aber die fünf Minuten kannst du verschmerzen, oder? Oder war das dir schon wieder zu viel? Nicht mal fünf Minuten, aber das passte, also wirklich, das passte ja alles für mich überhaupt nicht in den Rhythmus. Und, äh, nee, also, da, da funktioniert das Pacing, also, generell habe ich echt Probleme mit dem Pacing dieser Staffel, glaube ich. Aber dabei lassen wir es, glaube ich, heute mal bewenden. Mhm. Ja, die fünfte Folge ist zu Ende. Meine Güte, geht da schnell rum. Ich meine, wir produzieren das ja hier auch krass vor, also, äh, ihr werdet diese Folge hier wahrscheinlich auch dann wirklich, ja, äh, kommende Woche, also, wir nehmen das jetzt hier tatsächlich auf, bevor überhaupt Folge 4 draußen ist, müssen wir dazu sagen. Und Folge 6 werdet ihr wahrscheinlich dann auch noch zeitnah bekommen und auch wieder zusammen mit dem Sven. Äh, und da haben wir dann wahrscheinlich auch weniger vorgeplänkelt. Äh, Sven, ich würde dich aber trotzdem bitten, zu dieser Folge ein Fazit zu ziehen. Sehr toll, hat mir auch wieder sehr viel Spaß gemacht. Ja, ne, es gibt die Kritikpunkte, die man durchaus auch benennen darf. Ich kann's aber auch wie Lasse schön ausblenden. Nicht alles, was man hier ja auch durchaus gemerkt hat, aber ich hab meinen Spaß. Ich will mehr Zwerge, ich will mehr von allem. Ich find, sie sind auf einem guten Weg, zeitlich miserabel, keine Frage. Aber Stimmung, Atmosphäre, mehr sich auf die wichtigeren Sachen zu konzentrieren, ja, da sind sie schon einen deutlichen Schritt weiter vor und mir hat die Folge sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe jetzt halt, klar, Sechste habe ich schon gesehen, aufs Finale. Sie haben uns viel versprochen. Ich hoffe, sie halten's durch und dann bin ich zufrieden. Ja, das werden wir dann sehen. Spätestens hören wir das dann von dir im Staffel-Recap. Äh, aber ich kann mich durchaus einigen, äh, Punkten anschließen. Also, für mich war das eventuell, ich mein, ich hab ja immer so die erste Folge hochgehalten, die hat für mich aber doch mittlerweile im Nachgang einiges, äh, verloren. Deshalb ist das hier eventuell für mich jetzt so im Nachhinein die vielleicht beste Folge dieser Staffel. Also, insgesamt ist die sehr solide. Es fällt halt wirklich auf, sobald diese Serie anfängt, sich mal wirklich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Also, sprich, Zwerge, Eregion, Numenor, also halt wirklich die Sachen, die maßgeblich sind für den Plot und die auch noch wichtig werden im Hinblick auf spätere Staffelentwicklungen, dann funktioniert die Serie auf einmal für mich. Ja, gut, es mag natürlich da, also, weiß nicht, ich war sowas von froh, dass wir kein, kein Isildur, äh, äh, Theo sonst was gesehen haben. Also, stampft diese Figuren einfach ein oder auch deren Plotz und vor allem auch keine Haarfüße. Das, äh, das fällt mir aber, ähm, analog zur ersten Staffel auch wirklich auf. Da gefiel mir, glaub ich, die Folge, in der die Haarfüße nicht vorkamen, mit am besten Prompt. Ähm, äh, so ist es dann hier vielleicht nicht, aber nee, die hat mir, die hat mir wirklich gut gefallen. Ich hab natürlich auch meine Punkte, die hab ich ja auch dargelegt, aber insgesamt ist die auf einem erstaunlich soliden Niveau. Und beim ersten Mal wusste ich die gar nicht so sehr zu schätzen, was aber auch vielleicht daran liegt, dass ich da, naja, ich hab das schon relativ hart weggebinged, äh, an einem Wochenende tatsächlich. Also, ich glaub, die, die dritte, die vierte und die fünfte hab ich in einem Rutsch geguckt und die sechste dann sogar noch angefangen, aber da war ich dann doch zu müde. Aber, äh, ja, da merkt man auch, wie das dann manchmal so ein bisschen das, äh, verschwimmen lassen kann und dass man dann so mehr, äh, die Summe, äh, würdigt als so die einzelnen Bestandteile, sag ich mal. Naja, aber wirklich eine grundsolide Folge. Wir werden sehen, ob die Serie das Niveau halten kann in der sechsten Episode. Die hab ich bislang auch nur einmal gesehen, Sven. Äh, du hast ja, äh, die, äh, die ja auch schon einverleibt und jetzt noch das Finale vor dir. Ja, da dürfen wir natürlich nicht, noch nicht drüber sprechen dann, ne, in der nächsten Ausgabe. Auf die ich mich aber schon freue, äh, mir hat die Besprechung auch hier sehr Spaß gemacht. Ich wundere mich ehrlich gesagt, wie lang die geworden ist. Äh, aber sei es, sei es wie es sei, es ist auf jeden Fall immer noch nicht House of the Dragon Niveau, also fuck you. So, da säßen wir aber wahrscheinlich noch eine Stunde länger hier. Ihr könnt uns da draußen aber natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben, wie euch die Folge hier gefallen hat. Äh, was ihr so für Eindrücke habt, was ihr für Vermutungen habt, wo es jetzt noch weiter hingehen könnte, ist natürlich bei dieser Folge nicht ganz so schwer. Lasst uns das gerne wissen, äh, beim YouTube-Upload auf tele-stammtisch.de oder ganz klassisch per Mail. Ihr könnt uns, wenn ihr, äh, direktes Feedback geben wollt, auch gerne mal einen Besuch abstatten auf unserem Discord-Server. Schaut da gerne mal vorbei, da, äh, schreiben wir persönlich. Und ja, ich würde sagen, äh, Sven, wenn du nichts mehr hast, äh, verabschiede ich mich schon mal mit Namaria bis nächste Woche. Und Sven, äh, du kannst theoretisch dasselbe machen, aber natürlich auch generell Tschüss sagen. Ich sag einfach nur Tschau und ich glaub, mein Waag brüllt im Hintergrund, der muss auch mal wieder durch die Prärie getrieben werden. Tschau, Tschau. Richtung E-Region. Tschau, Tschau. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir weißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.